Johannes, du glaubst wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, eigentlich nicht, aber ich. Aber wenn wir einen Podcast machen zusammen, dann brauchen wir irgendwas Cooles, worüber wir reden können. Wie wäre es mit Filmen? Du liebst Filme, ich liebe Filme, ist doch eine gute Idee. Ja, aber wir lieben überhaupt nicht die gleichen Filme. Ja, das könnte das Geile sein. Ich zeige dir Filme, die ich geil finde und du zeigst mir Filme, die du geil findest. Das heißt so Musicals aus den 50ern? Von mir, für dich, genau. Und koreanische Filme? Mit russischen Untertiteln, von mir, für dich. Oh Gott, okay. Aber du weißt, dass das für eine Menge Streit sorgen kann. Äh, definitiv, das wird lustig. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Johannes. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch, Johannes. Fast eine Woche zu spät, aber ich habe absichtlich gewartet, damit ich das hier vor dem Mikro machen kann. Und nicht nur, damit ich... Ich sehe Marilyn Monroe vor mir. Nicht nur, dass ich vor dem Mikro singen kann für dich, sondern, dass ich dir vor dem Mikro auch quasi bereiche. Nein, Floor. Ich wollte kein Gefängspapier verschwenden. Aber ich habe gleichzeitig was gefunden, was eben so knistert. Das musst du jetzt vor unseren Zuhörerinnen auspacken. Das gibt es ja wohl nicht. Ähm, äh, du weißt schon, dass es ein Podcast ist und kein Video. Ja, dann, du musst schnell anfangen zu knistern, damit was passiert. Es ist, scheint ein Buch zu sein. Es ist ein schweres Buch. Schwere Lektüre. Lies vor. Das muss man sehen, Buch im Grunde. Äh, tausende eine Filme, die sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Ja. Das heißt, das ist die 200. Ausgabe, oder was? Weil das wird doch bestimmt ständig aktualisiert. Das ist der filmkanonische Bestseller, ja. Das wird ständig aktualisiert. Wow. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die Ausgabe kriege, die ein bisschen ein schöneres Titelbild hat. Aber dafür hätte ich das Dreifache bezahlt. Nein, aber der... Deswegen kriegst du eine aktuelle Ausgabe. Hier haben wir übrigens auf dem Titel, den ich jetzt vor mir habe, das ist Revenant, nehme ich an. Ja. Mit Leonardo DiCaprio. Ja. Wie er aussieht, als wenn er gerade bei Titanic aus dem Erfrorenen wieder ausgegraben wurde. Und wenn du es ins Bücherregal stellst, dann hast du sehr schönen Audrey, die dich jeden Tag anlächelt. Oh mein Gott. Oh, das ist toll. Ja. Das ist das Beste an dem Buch. Auf jeden Fall. Geil, danke, Flora. Und wenn uns mal keine Filme einfallen für eine kommende Episode, dann schlagen wir einfach das Buch auf und tippen rein und sagen, den. Auf irgendeine Seite. Okay. Ich glaube tatsächlich, für die nächste Episode will ich einmal so ein Shuffling machen durch das Buch. Aber gerne. Geil, Mann. Tausend und eine Filme. Und glaubst du, dass man die wirklich alle sehen sollte? Nein. Ich glaube, man sollte versuchen, seinen eigenen Kanon zu finden. Aber natürlich ist so ein Buch grundsätzlich wie jeder Kanon ist sowas eine total coole Inspirationsquelle. Ich versuche gerade, das Buch aufzureißen. Da ist noch ein Zellofan drumherum. Um sich inspirieren zu lassen, während Johannes reist, erzähle ich einfach weiter. Ich glaube, es ist grundsätzlich gut, sich inspirieren zu lassen von dem, was andere Menschen empfehlen. Vor allem, wenn man Menschen findet, die einen ähnlichen Geschmack haben oder einen komplett entgegengesetzten Geschmack haben, um sich überraschen zu lassen. Du versuchst gerade unser Konzept des Podcasts nochmal zu erklären. Ja. Nein, ich bin tatsächlich ein totaler Fan von Kanonisierungen und ich bin ein totaler Fan von Bestenlisten. Wenn sie gut gemacht sind und wenn man das Gefühl hat, dass die Person dahinter sich wirklich Gedanken gemacht hat und versucht, irgendwie ein breites Spektrum an Filmen abzudecken. Ja. Naja, es ist halt immer so eine Frage. Es hängt wirklich an dem Typen, der das macht. Und wenn man Plors Geschmack für einen Film überhaupt nicht mag, dann hat man halt Pech mit seiner Muss-man-sehen-Seite. Wobei, mein Filmgeschmack ist ja so ein bisschen Kraut und Rüben. Also ich hab ja... Ich muss mal dein Mikro noch ordentlich... Das haben wir überhaupt nicht hingekriegt. So. Heute fängt alles etwas chaotisch an. So, besser. Ich hab jetzt nicht, glaube ich, so einen ultraspezifischen Filmgeschmack. Es gibt ja so Leute, und ich bewundere das total, wo man sagt, wow, die haben ja einen coolen Geschmack, weil die so einen ganz spezifischen Geschmack haben auf bestimmte Sachen. Zum Beispiel irgendwie nur Punkrock aus den 70ern hören und Rockabilly. Ja, gut, okay. Und dann denkst du irgendwie, ja, die Leute haben Stil, deren Geschmack hat irgendwie Stil. Aber das krieg ich nicht hin. Dafür ist mein Geschmack, glaube ich, zu... Zu breit? Zu viel, ja, zu quer drüber. Man könnte auch böse sagen, es ist dir eigentlich egal. Ja, genau. So könnte man's auch sagen. Okay. Ey, als erstes, ich schlag hier als erstes auf, und was kommt? Playtime. Nein. Tatis herrliche Zeiten. Fantastisch. 1967. Wie geil ist das denn? Flo, ich freu mich sehr über dieses Buch. Es ist großartig. Das ist schön, das freut mich. Danke. Ich hab mich die ganze Woche drauf gefreut, dir das zu überreichen. Ich hätte mich nicht zurückhalten können an deiner Stelle. Ich bin bei sowas ganz schlecht. Ich bin aber auch schlecht im Schenken, deswegen komm ich da nicht oft in diese Situation, jemandem verheimlichen zu müssen, was ich habe. Geil, Mann. Okay, jetzt werde ich die ganze Episode darin rum... Ich glaube, wir machen jetzt einfach kurz Pause. Ich werde jetzt drei Stunden drin rumklettern und dann... Also ich gehe davon aus, dass der eine Film, den wir heute haben, dass der in diesem Buch vorkommt. Können wir sehr gut vorstellen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird wahrscheinlich das Ding sein. Genau, der Clou aus dem Jahr 1973. Wann ist das Buch aktualisiert, weißt du das? Ich glaube, das ist ziemlich frisch. Das ist wahrscheinlich so 2019, 2018 vielleicht auch. Kann sein. Das heißt, eigentlich theoretisch könnte unser zweiter Film auch schon drin sein. Nee, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Okay, na gut. Weil der ist ja wirklich sehr jung und frisch und ich glaube, das war nicht so eine überwältigende Rezeption, dass er drin sein könnte. Ja. Von Filmen jüngeren Datums? Ja, gute Frage. Könnte was wirklich Junges drin sein? 2016 sehe ich hier gerade. Also wenn wir so Filme aus den Jahren 2019, 2020 überlegen, da müsste der schon sehr, sehr positiv rezipiert worden sein, um davon aufgenommen zu werden. Vielleicht... Die letzten Filme sind 2016, das heißt, der könnte sowieso nicht drin sein. Das heißt, wir können nicht wissen, ob Kritikerinnen und Kritiker diesen Film, den wir noch besprechen werden, überhaupt würdig erachten würden, in diesem Buch aufzutauchen. Und wir werden das auch nachher feststellen, Plur, ob wir denn würdig erachten. Hasslers aus dem Jahr 2019, um das noch nicht mehr zu ergänzen. Ja, ja, genau. Mit welchem Film wir denn anfangen, Plur? Mit dem Klassiker, würde ich sagen. Mit dem Klassiker, also Hasslers, ja? Ja, sicher. Okay, gut, dann fangen wir mit der Clou an. Schön. Ich lege kurz das Buch zur Seite und dann führe ich uns in den Film ein. Wie wäre es? Hervorragend. Und ich glaube, der Tee ist auch genug gezogen. Oh, Tee. Vorher, möchtest du Tee, Plur? Sehr gerne. Okay, danke. Bitte, bitte. Möchtest du Tee, Johannes? Ja, danke. Vielen Dank, reicht so. Okay. So. Das bringt noch Plur Löffel. Müssen wir das alles, das lassen wir jetzt einfach ungeschnitten durchlaufen, ne, Plur? Ja, sieht ganz danach aus, würde ich sagen. Okay, jetzt habt ihr gehört, wie wir uns Tee eingegossen haben und wie ich mir noch schnell Zucker hineingeworfen habe. Und wie ich mir noch Hafermilch hole. Ich glaube, wir müssen das wirklich kürzen. Naja, schauen wir mal. Live auf der Küche von Johannes Franke. Der muss man sehen, Podcast. Wer schon immer dabei sein wollte, wie wir uns Tee eingießen, das ist das Nächste, was ihr je daran kommen werdet. Erleben Sie die spannendsten Momente der Frankschen-Tee-Zubereitung, wie Milch vergießen, Tee zu lange ziehen lassen und der Klassiker vergessen, den Anknopf beim Wasserkocher zu drücken. Er ist ja kalt. Bro, wir sind die Meister der Improvisation. Total. Oh Gott, das ist doof. So. Okay. Dann führe ich uns jetzt in den Klassiker schlechthin ein und wir schauen mal, was dieser Film zu bieten hat. This thing, wir schreiben das Jahr 1936, die Zeit der Great Depression, der Wirtschaftskrise nach dem Börsencrash 1929. Der Trickbetrüger Johnny Hooker und sein erfahrener Kollege Luther Coleman halten sich mit kleineren Gaunereien über Wasser. Durch einen Zufall erleichtern sie ausgerechnet einen Boten des größten Gangsterbosses der Gegend um 11.000 Dollar. Was damals richtig viel Geld war. Dieser Boss ist natürlich not amused und lässt Luther umbringen. Natürlich ist das der Insighting Incident, der Johnny dazu bringt, seine Rache zu planen, was wir uns den Film über anschauen dürfen. In gefakten Pferdewetten will Johnny den Gangsterboss um eine halbe Million Dollar erleichtern. Was damals sehr viel Geld war. Habe ich das schon gesagt? Das war damals extrem viel Geld. Ein Film, der viel Liebe für die kleinen Gauner und Überlebenskünstler dieser Welt hat und offenbar auch eine Liebe fürs Theater und Illusionskünstler. Falls du weißt, was ich meine, Plor. 9,2 Millionen wären es heute. 9,2 Millionen, genau. Und 1,6 Millionen wären es im Jahr 1973 gewesen, als der Film veröffentlicht wurde. Ja, der Film ist, wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal über Magie im Film geredet, als wir Harry Potter drin hatten, beziehungsweise Fantastische Tierwesen. Und da hatten wir auch kurz Prestige genannt und gesagt, dass der so schön ist, weil der eben auch nicht nur das Thema Magie hat, sondern auch aufgebaut ist wie ein Zaubertrick. Und das Ding hat auch sehr viel von einem richtig klassischen, gut durchdachten, perfekt präsentierten Zaubertrick. Toll, oder? Ja. Ich finde es super. Und mir ist genau dadurch aufgefallen, warum ich den Film überhaupt so mag. Ist mir immer ein Rätsel gewesen, weil das Genre, naja, die Zeit, die es behandelt, mag ich natürlich sehr optisch und so. Aber das Eigentliche, was mich daran so fasziniert ist, glaube ich, dass wir Leuten dabei zusehen, wie sie ein Theaterstück planen und aufführen oder einen Zaubertrick planen und aufführen. Und das finde ich so wahnsinnig spannend und geil, dass die sich da, also wer es nicht gesehen hat, es geht darum, habe ich ja kurz zusammengefasst, dass sie irgendwie versuchen, den Boss, der Luther umgebracht hat, um eine halbe Million zu erleichtern. Und das machen sie, indem sie ein Wettbüro bauen, was es eigentlich gar nicht gibt und einen Haufen Statisten, einen Haufen Leute, die sich darum kümmern und die da irgendwie da sind und ein gefaktes Radio, das irgendwie den Fortschritt des Pferderennens broadcasten. Und der setzt dann halt irgendwie beim zweiten Mal sein eigenes Geld, eine halbe Million auf ein bestimmtes Pferd, was ihm als Geheimtipp verkauft wird. Als Tipp, also ihre Geschichte ist, dass sie es schaffen, die Ergebnisse des Pferderennens zu haben, bevor sie im Radio übertragen werden. Und das ist ja auch tatsächlich zeitlich akkurat. Es gab die Wettbüros, es gab die Radioübertragung, aber die Wettergebnisse wurden irgendwie so über Telegrafie übermittelt. Das heißt, die Wettergebnisse waren eigentlich immer ein bisschen schneller als der Radioton. Und sie sagen, wir haben die Ergebnisse früher, weil wir haben einen Insider, der sitzt da, bei denen die Ergebnisse einlaufen. Und der gibt uns die Ergebnisse kurz vorher, bevor Wettschluss ist. Das heißt, wenn du jetzt Geld auf dieses Pferd setzt, dann gewinnst du auf jeden Fall, weil es ist schon klar, dass das Pferd gewonnen hat. Damit wollen sie ihn kriegen und damit wollen sie natürlich reinlegen. Und wir erfahren lange, lange nicht, bis zum Schluss eigentlich nicht, wie der Trick genau gemacht wird. Sie reden über den Trick, sie haben sogar einen Namen für den Trick. Und The Wire heißt der. Aber sie sagen uns als Publikum nichts davon, weil sie kennen das halt alles. Sie unterhalten sich drüber wie Leute, die das kennen. Du hast irgendwie das Gefühl als Zuschauer die ganze Zeit, du ahnst, wie es funktioniert, aber du fragst dich auch gar nicht so sehr, wie machen sie es denn jetzt eigentlich? Weil eigentlich bist du ja bei jedem Schritt dabei und bist zuversichtlich, ja, ja, das ist dann, dann kommt der und dann kommt der und dann macht die das. Was dazu führt, dass am Ende, wenn dann was schief geht, vermeintlich, du gar nicht damit rechnest, dass das ja vielleicht Teil des Plans gewesen sein könnte. Weil du dich ja nicht vorher fragst, fehlt da vielleicht was oder habe ich irgendwas verpasst oder so, sondern du hörst halt den Leuten zu, wie sie sich darüber unterhalten, was sie als nächstes tun. Das ist großartig. Ja, und das hat ja auch tatsächlich wirklich große Inspiration auf viele folgende Heist-Movies und Hustler und Skid-Movies bis zum heutigen Tag gehabt, dass es immer diesen Moment gibt, wo du denkst, es geht was schief, aber dann offenbart sich, dass es eben doch Teil des Plans ist. Und in diesem Fall ist es, dass sich irgendwann das FBI entschaltet, weil die Henry Gondorf, mit dem Hooker seinen Racheplan macht, der ist halt der Erfahrene von den beiden, der wird vom FBI tatsächlich gesucht. Mhm. Und in dem Moment, wie irgendwas schief geht, wie sich da ein Konflikt offenbart, bis halt zum großen Finale, wo dann die große Offenbarung kommt, die vom FBI gehören genauso zu dieser Nummern-Revue. Das sind auch alles Laiendarsteller, zusammengecastet aus den Ganoven der Stadt und die hängen da auch mit drin und das hat alles zum Plan gehören. Der Plan geht eben am Ende perfekt auf. Und das Tolle ist, ich erinnere mich, nun gut, ich habe ihn jetzt wieder gesehen und wusste schon, was war, aber ich erinnere mich, ich saß davor und war ehrlich schockiert. Der wird erst erschossen, scheiße, aber das ist doch mein, und jetzt der andere auch noch, oh mein Gott, aber das sind doch die Leute, an denen ich hänge. Unsere Sympathieträger. Wie kann das sein? Tu das nicht. Und, und hab wirklich, wirklich dran gehangen und, und, und war dann so erleichtert, als es dann in die, in die Auflösung ging. Es geht halt auch wirklich so Schlag auf Schlag dann am Schluss. Ja, ja, genau. Das ist eine Szene, diese, diese Schlussszene, wenn das FBI dann in den Laden stürmt und sagt, danke, Hooker, du kannst jetzt gehen und dann schießt Gondorf auf ihn, dann schießt das FBI auf Gondorf und dann sagen sie zu den Polizisten, sie müssen jetzt ganz schnell den, 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 den Gangboss daraus schaffen, weil der auch ein großer Banker ist. Mhm. Und dann ist es schon vorbei. Es ist so, zack, zack, zack und dann stehen alle auf und lachen und man sieht, der hat eine Blutkapsel im Mund und der hat eine Blutkapsel im Hemd und das war alles gefakt und das ist einfach eine tolle Szene. Das ist grandios, ganz, ganz großartig. Vor allem, weil das auch nochmal dieses Theater unterstützt, dieses Gefühl von, wir haben jetzt alle einmal eine Vorstellung für diesen Typen gespielt, die Eintrittskarte kostet eine halbe Million und der Zuschauer weiß gar nicht, was er da für eine Vorstellung besucht. Es ist so, das ist großartig. Ich schaue gerade in meinen Aufzeichnungen, weil du Theater gesagt hast, es haut leider nicht ganz hin, dass es ein Fünfakter ist. Der Film ist ja tatsächlich unterteilt in diese Segmente. Es gibt insgesamt sieben. Sieben. Sieben? The Players, The Setup, The Hook, The Tail, The Wire, The Shutout and The Sting. Und das Tolle ist, der macht das lange, lange vor Tarantino, dass er so Zwischentitel einbaut. Also nicht Zwischentitel im Sinne von ein Stummfilm macht Dialog, sondern ein Zwischentitel, wir beginnen ein neues Kapitel der Erzählung. Und das neue Kapitel heißt dann halt The Hook oder The Wire. Mit richtig schönen Artworks. Oh, so tolle Artworks. Wir sehen dann immer ein Bild im Stil der 30er Jahre. Jaroslav Gebber war der, der diese Zeichnungen gemacht hat, der auch das berühmte Plakat gemacht hat, wo die beiden Protagonisten drauf zu sehen sind. Mhm. Die da sitzen als Verdächtige. So kommt mir das ein kleines bisschen vor. Ja, stimmt. Es ist so, es hat sowas von Skizzen. Also es ist mit leichter Feder, so mit Bleistift und bunten Holzstiften. Ja, genau. Und es ist großartig. Es ist wirklich so eine wundervolle Illustration. Und es gibt mir die Möglichkeit als Zuschauer, mich da ein bisschen durchzuhangeln durch den Film. Zu verstehen, ah okay, das ist jetzt die Vorbereitung. Jetzt geht's weiter um den The Hook, die Fischleine auszuwerfen und zu hoffen, dass er anbeißt. Ja. Solche Sachen. Also es gibt mir, antizipiert mir, was jetzt, welcher Teil jetzt kommt und was ich erwarten kann von dem Teil. Und es gibt Ordnung für ein doch recht komplexes Storygebäude. Ich finde es schon krass. Auf jeden Fall. Und das Tolle ist, dass dieser Stil, der in den Karten, in diesen Titelkarten gezeigt wird, der führt sich halt auch nahtlos im Film weiter. Ja. Es ist wirklich, also wenn man diesen Film sieht, würde man nicht meinen, dass der aus den 70ern ist. Ich finde, der könnte genauso gut aus den 50ern sein, der könnte aus den 60ern sein, der könnte auch aus den 90ern sein. Ja. Weil er es einfach so perfekt schafft, die Zeit, die er porträtiert, einzufangen. Das ist ganz witzige, kleine Nebengeschichte. Der Regisseur George Roy Hill, der hat sich sehr viel mit Filmen der 30er Jahre beschäftigt, als er das Ding vorbereitet hat. Und hat dabei festgestellt, dass tatsächlich kaum Statisten benutzt wurden in dem Film. Die Straßen sind leer. Und das hat er dann auch gemacht. Er lässt kaum Statisten durchs Bild laufen. Jede Figur, die wir sehen, hat irgendeine Beziehung zur Geschichte. Und das sind so diese kleinen Dinge, die ein, wirklich ein Gespür für Perfektion und auch eine Liebe zu dem Sujet und zu dem Stil der damaligen Zeit offenbaren. Und das ist wirklich vergoldet. Ja, ja. Ich muss jetzt gerade an Some Like It Hot denken, der ja nicht aus den 30ern, sondern auch aus den 50ern ist. Aber eben auch in den 30ern, glaube ich, spielt, oder? In den 20ern, 30ern? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, er ist gut möglich. Aber auch so in dieser Prohibition, in der Gangsterzeit. Gangsterzeit. Und irgendwie hat er den gleichen Vibe. Und das in den 70ern. Und natürlich merkt man schon ein bisschen an der Kamera, an der Qualität der Kamera, dass es nicht aus den 30ern ist. Ja. Aber er hat das super. Er hat ja auch extra eine Color Palette, also so eine Farbauswahl gemacht, wie die Kostüme, was für Farbräume die haben, was die Sets für Farbräume haben und so. Das ist alles so Erdton, so gelb, rot, braun. Und dann diese Töne, alles in diese Richtung. Und hat sich da ganz, also in jedem Bereich so viel reingearbeitet, in die 30er auch. Die Übergänge zwischen den Szenen, diese sich schließenden, öffneten Kreise und diese Transitions, die in der Zeit halt auch sehr beliebt waren, weil man das quasi neu entdeckt hat und damit ganz viel experimentiert hatte. Das macht der Film auch sehr extrem. Und es funktioniert einfach. Er fängt an mit einem 30er Jahre Universal Logo. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Das ist toll. Ich war ein bisschen irritiert, als es kam, weil ich dachte, hä? Aber der ist doch aus den 70ern. Weil das wirklich so eine ganz eigene, grisselige Qualität hat und dann hat das irgendwie so ein, macht sofort Stimmung. Er nimmt das total ernst und das ist vor allem für mich das, wie mir dieser Film immer in Erinnerung geblieben ist, das ist so Perfektion der Nostalgie, der Hollywood-Nostalgie. Aber wirklich, wirklich mit Gespür für die kleinsten Details und dadurch die ganze Zeit über so ungemein elegant und verführerisch. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber irgendjemand sagte zu dem Film und erklärte daran dann, was der Unterschied zwischen Eye Candy und er nannte es dann Eye Protein ist. Weil er meinte, Eye Candy sieht gut aus, hat aber keinen Inhalt. Und Eye Protein ist, wenn wirklich in jedem Bild so viele Sachen sind, die Informationen tragen, die alle zur Geschichte beitragen, die alle wertvoll und wichtig sind für die Szenerie, dann ist das Eye Protein, weil das eben einfach gehaltvoll ist. Und dieser ganze Film ist einfach so viel Eye Protein drin. Definitiv. Der Wahnsinn. So von der ersten bis zur letzten Szene, so viele Details, so viel Liebe. Also wir können ja mal in die Story reinsteigen. Wir lernen als erstes, wir lernen Hooker und den dann noch lebenden Lufa als erstes kennen und sie wirken erstmal fast wie Nebenfiguren. Ja, total gut. Weil man dann überhaupt nicht damit rechnet, was da jetzt passiert. Wo du kommst da rein, irgendjemand hat gerade Geld, sehr viel Geld bekommen und soll das irgendwo hintragen. Und wir wissen noch nicht warum, woher und wer gegen wen und warum, aber man ahnt schon so ein bisschen eine Zwielichtigkeit. Und der läuft dann los und dann finde ich diesen Skin, den die fahren, total clever. Den Geldauftausch. Es ist unglaublich clever. Sie tun so, als ob jemand verfolgt wird und angeschossen wird und machen sie zu dritt und der eine rennt dann weg und der andere sei einfach nur Passant. Und in diesem Fall Robert Redford, der irgendwie mit dem anderen zusammen, der eben ausgeraubt werden soll, der dann das beobachtet und dann hinrennt zur Hilfe und der andere kommt auch so zögerlich dazu. Und der, der angeschossen wurde, gespielt von Lufa in dem Fall, sagt, ich habe ihn verschuldet, ich muss das Geld ganz schnell da hinbringen an irgendeine Bande, sonst bin ich tot. Und kann das nicht einer von euch machen? Und Huka, sein Partner im Crime, sagt dann, nee, kann ich nicht machen, ist mir viel zu riskant, sonst kommt nachher der Dieb wieder und überfällt mich. Und dann sagt Motola, hey, ich kann das machen, weil er ist natürlich ein Gauner und er sieht da 5000 Dollar, die er einfach mal abstauben kann. Und dann sagt Huka zu ihm, na klar, mach das, aber versteck das Geld am besten in der Hose. Hast du noch mehr Geld? Und dann reift halt Motola in seine Tasche und zieht das Geld raus, was er übergeben soll. Und dann nimmt Huka das alles, packt es in ein Taschentuch, schiebt es in die Hose und sagt, siehst du, so machst du das? Und zieht das Taschentuch wieder raus, tada, hier hat der Zaubertrick stattgefunden, hier wurde natürlich das Geld ausgetauscht. Und gibt es Motola, der es dann in seine Tasche steckt und dann natürlich abhaut mit dem Geld im Taxi und sich freut und es dann auspackt, um zu gucken. Und dann stellt er fest, dass er nichts als Windeln, es sieht aus wie Windeln. Es sind einfach nur Papier, dünnes Papier ist das einfach nur, was sie damals benutzt haben, um so Geldpacken zu emittieren. Aber ein unglaublich geiler Zaubertrick. Fantastisch, oder? Ja, und so simpel und perfekt. Und die drei spielen ihre Rollen natürlich auch gut, also Huka und Lufa sowieso, Lufa ist der Erfahrene, der ist auch der Älteste aus dem Trio. Huka ist eher so ein mittleres Alter, teilweise wie er sich verhält, würde man meinen, er sollte eigentlich jünger sein. Robert Redford ist vielleicht ein bisschen zu alt für die Rolle, könnte man meinen. Nein, Robert Redford sollte eigentlich, also die Rolle sollte eigentlich irgendwie 19 sein, ganz ursprünglich. Und dann hat sich das alles aber verschoben, weil dann nämlich Paul Newman dazu kam in die Produktion und der, der war ja schon 49 oder 50 irgendwie in dem Dreh. Und dann musste das alles ein bisschen nach oben verschoben werden, weil sonst wäre es zu, so fast schon väterlich, großväterlich geworden. Und das ist sowieso schon so ein bisschen väterliches Verhältnis, aber nicht ganz so extrem. Und der dritte im Bunde ist, der immer ein bisschen zu wenig Liebe gegeben wird, Joe Eerie. Ein ganz toller Charakter, der so ein bisschen, nicht der Clown der Truppe ist, aber der, der am wenigsten Erfahrung hat offensichtlich. Und der von ihnen so ein bisschen unter die Fittiche genommen wurde, der aber auch nachher im großen Spiel mitspielen will. Und der nachher auch dabei sein darf bei dem großen Clou, wo sie sich rächen. Sideshow Bob. Ja, so ein bisschen. Aber ein total sympathischer und royaler Kerl, der wirklich das Herz am rechten Fleck hat und auch in einigen Szenen wirklich Mut beweisen darf. Gespielt von Jack Cahill. Wo du sagst, Herz am rechten Fleck, das ist eine Gauner-Geschichte. Keiner von denen hat das Herz am rechten. Naja, die haben alle das Herz am rechten Fleck natürlich. Wir sind alles die Guten. Wir fiebern bei ihnen mit von Anfang an. Wir wünschen ihnen nur das Beste, auch wenn sie Gauner sind. Es geht ja nur Gauner gegen Gauner. Im Grunde gibt es ja eigentlich keine Guten. Aber es ist toll, weil ganz eindeutig und sehr klar erzählt wird, wer die Guten und wer die Bösen sind. Und das alles eigentlich auf eine sehr seltsame, verquere Weise eine Moralgeschichte ist. Moralgeschichte von Freundschaft und Loyalität. Ja. Der Film ist ein bisschen mit Schuld daran, dass genau diese Geschichten immer erzählt werden unter Gangstern. Und dann lernen wir erstmal diesen Hooker kennen, der offensichtlich ein wirklich wilder und ungestümer junger Mann ist. Der holt dann erstmal seine Freundin in einem Nachtclub ab. Ja, Freundin ist zu viel gesendet. Ja. Ich finde einen ganz tollen Satz. Er kauft sich erstmal einen roten Anzug, weil er so viel Geld bekommen hat, weil diese 11.000 Dollar ja eigentlich echt, das ist unglaublich viel Geld. Und dann sein Anteil sind so 3.000 oder ein bisschen mehr, weil er sich den Anzug ja auch noch davon gekauft hat. Und will als erstes gleich mal eine Frau beeindrucken. Und es ist so geil. Und er sagt, komm, wir machen einen Abend und I will spend 50 bucks on you. Und dann geht das aber sowas von schief, weil die irgendwie da in diese Spielhölle gehen. Und er gleicht alle 3.000 Dollar, total bedämlich, ganz großzügig auf Schwarz. Das ist auch so übertrieben unrealistisch. Also was die Szene offensichtlich erzählen will, er kennt den Groupier. Er geht zum Roulette-Tisch und der Groupier hat eine Bremse unter seinem Roulette-Tisch, mit der er die Kugeln anhalten kann. Und offensichtlich hat der Groupier ihn auch öfter mal gewinnen lassen in der Vergangenheit. Allerdings sitzt da einer im Hintergrund, dem die Bar gehört. Und der Groupier sagt noch, nee, ich kann eine 3.000 Dollar annehmen. Das funktioniert nicht, ja. Und der im Hintergrund sagt dann doch, nimm es an. Und Hooker setzt dann da drauf und der Groupier lässt ihn dann verlieren und entschuldigt sich auch bei ihm. Tja, ja, da wollte jemand zu viel. Ja. Naja, und dann kommen sie da raus und sie, die Freundin, die er beeindrucken wollte, ist total misst drauf und sagt, wenn du das nächste Mal 50 Dollar ausgeben willst, dann schickst du ihn mir per Post. Ja, das ist schön. Wir wissen alles über diesen Hooker, was wir wissen müssen. Ja. Und dann lernen wir auch noch die Welt des Schwarzen kennen, der der Erfahrene ist, der Luther. Und das ist total schön, das ist eine total herzliche und super Familie, wo er da reinkommt. Also der Film gibt sich viel Mühe, weil alle Gangster, die auf dieser Seite sind, als sehr herzliche und sehr liebe und sehr liebevolle und ehrenwerte Menschen darzustellen. Ja. Bis auf das kleine bisschen Trickbetrug. Es ist klar, wo unsere Sympathien liegen müssen. Dieser Lufer hat, der will auch eigentlich abschließen mit dem Geschäft. Der sagt zu Hooker dann, das ist das Geld, auf das er gewartet hat. Jetzt kann er zum Schwager, Vetter, zu irgendeinem Verwandten gehen, der einen Laden hat. Und da liegt nicht viel Geld, aber es ist wenigstens anständige Arbeit. Und jetzt will er endlich raus und aufhören und sagt dann, aber ich kenne jemanden, der kann dich unter seine Fittiche nehmen. Und das ist dieser Henry Gondorf, das ist einer von den ganz großen Spielern. Von dem kannst du noch was lernen. Genau, von dem kannst du was lernen. Ich war nie groß im Geschäft dabei. Ich bin eher so immer am Rand rumbalanciert, was auch an meiner Hautfarbe liegt. Das sagt er auch so ganz klar. Ah, stimmt. Niemand würde einem hungrigen N-Wort so vertrauen, dass er ihm Geld gibt. Deswegen können wir ihn einfach nicht so betrügen, wie die anderen das machen. Und Hooker ist davon auch ein bisschen frustriert. Ja, der wollte eigentlich mit ihm jetzt noch ein paar Jahre durchziehen. Also er war, glaube ich, sehr zufrieden mit der Situation. Das war einfach ein super Freund auch von ihm. Das war ziemlich klar deutlich. Und dann, naja, weil das Geld ja jemandem gehörte, nämlich ein Gangsterboss, hat der sich halt dann darum gekümmert, dass die Leute aufgespürt werden, die das Geld an sich genommen haben. Und Luther wird gefunden. Und Luther wird gefunden und getötet. Was hat die Welt, die Filmwelt nur damit, dass sie einer Figur, kurz bevor sie stirbt, noch möglichst sehr viel Zufriedenheit und Glück für die Zukunft mitgeben? Er war einen Tag vor seiner Pensionierung. Ja, genau das. Es ist wirklich so. Und nach High Stakes, ne? Wenn du wirklich einen zufriedenen und glücklichen Menschen hast, der auch nett war, dann weißt du einfach, die Rache ist gerechtfertigt. Wir wollen diesen Doyle, diesen Doyle Lonegan, diesen Obergangster, der das in Auftrag gegeben hat, wir wollen ihn dafür bluten sehen, dass er Lufe umgebracht hat. Das bedeutet aber, dass ich als Zuschauer, wenn das zu viel benutzt wird, was jetzt definitiv gemacht wird, dass ich jedes Mal, selbst in der kleinsten Pups-Serie, sobald jemand sehr glücklich wird, kann ich sagen, der stirbt demnächst. Und das ist immer der beste Freund, der schon ein bisschen älter ist. Ja, genau. Irgendwie sowas. Das ist echt. Ja. Das ist so ein bisschen platt. Aber es sind die 70er, es ist noch nicht so ausgemerkt wie heute. Es war auch schon in den 70ern ein bisschen platt. Also ich finde, der Film, der hat schon so seine Stereotype an Bord, auch dieses Ding, dass er, dass er Huka einfach mal so 3000 Dollar verspielen lässt. Er nimmt einfach eine Abkürzung. Ja, das stimmt. Er zeigt nicht einen wilden Abend, wo das Geld am Ende weg ist, sondern er macht das alles in einem Spiel. Dann nimmt er einfach so klassische Stereotype-Abkürzungen, um seine Geschichte nach vorne zu treiben. Ja. Kann ich ihm verzeihen, weil er auch wirklich viel Geschichte an Bord hat. Ja, das stimmt. Und sonst würde er drei Stunden dauern, wenn er sich jetzt noch um dieses Ding auch ausschweifender kümmern müsste. So, und Stereotype so ein bisschen auflösen wollen würde. Das ist schon komplex genug, das Ding. Ja. Es ist ja auch noch, wir sind ja auch noch vor dem Inciting Incident. Also, was Inciting Incident eigentlich bedeuten soll, ist der Moment, der die Figur nach vorne treibt, der die Figur sagt, das musst du jetzt den Film übermachen. Also, irgendein Ereignis. Ja. Und das ist halt der Tod von Luthor. Genau. Hooker ist davor eigentlich total glücklich mit seinem Leben als kleiner Laganove. Ja. Der will eigentlich gar nicht mehr. Es gibt dieses Gespräch zwischen ihm und Joe dann kurz, wo er sagt, dass er, dann sagt Joe zu ihm, hey, du könntest doch, du könntest viel mehr Geld machen, du könntest doch das machen, du solltest mit dem Spielen aufhören, dann könntest du dir ein Auto kaufen. Und dann meint er, ich kann doch nicht fahren, was soll ich mit Geld machen? Und dann sagt Joe, hey, wir haben eine Wirtschaftskrise. Und dann meint er, naja, wir haben ständig eine Wirtschaftskrise. Ja. Und er ist eigentlich zufrieden, aber dieser Mord an Luthor weckt dann in ihm tatsächlich den Ehrgeiz. Ganz pur, ganz pur Rachegefühle. Ja, Rachegefühle, genau. Und ich finde es toll, dass der Film sich dieser Tricksereien annimmt und nicht immer, also es muss nicht immer der große Mafiaboss, der mit Waffengewalt alles durchsetzt sein. Denn, was ja oft genug auch gemacht wird, dass du Filme hast, wo einfach viele übermächtige Menschen in Machtpositionen gegeneinander kämpfen, sondern du hast diese Underdog-Geschichte da drin. Total. Und es sind Ganoven und ihre Art, sich zu rächen, ist auch durch Trickserei und durch Ganovereien. Also das ist von Ganovereien? Was ist denn das für ein Wort? Das habe ich mir doch gerade ausgedacht. Hooker macht von Anfang an klar, dass er nicht töten will. Es geht nicht darum, Doyle Lonegan umzubringen, weil er kann nicht töten. Because I don't know enough about killing to kill him. Das sagt er zu Gondorf. Ja. Als Gondorf ihn fragt, warum willst du so einen Scheme, so einen Betrug durchziehen, so einen Coup? Vor allem bei so einem riesigen Typen. Genau, warum willst du das machen? Dann sagt er einfach, naja, ich kann ihn nicht töten, ich bin einfach kein Mörder. Ja, was schlau ist und was auch viel mehr wehtun könnte. Ja, genau. Sie treffen ihn da, wo es wehtut beim Geld. Ja, es ist voll gut. Und man will auch sofort, dass sie es schaffen. Ja, weil wir lernen unseren zweiten Protagonisten kennen, den besucht er dann und der ist halt auch total sympathisch. Henry Gondorf, gespielt von Paul Newman. Oh, Paul Newman ist so gut. Und Paul Newman und Robert Redford sind so ein großartiges Duo. Hast du Budge, Cassidy und The Sunlight Skit gesehen? Nein, fehlt noch auf meiner Liste, muss ich unbedingt gucken, weil ich jetzt über die 70er schreibe. Und genau, da haben sie zum ersten Mal zusammen gedreht, da haben sie schon zusammen gedreht. Da waren sie schon so ein Dream Team quasi. Unter demselben Regisseur tatsächlich auch. Ja, genau. Und das war irgendwie, in dem anderen Film hat halt er den Schnauzer und der andere ist clean shaved. Irgendwie sind es aber von den Figuren her anscheinend so eine ähnliche Dynamik. Ja. Ich muss mir den Film mal angucken. Die Dynamik ist toll zwischen den beiden, weil Henry Gondorf ist eigentlich der Erfahrene. Aber als Hooker ihn besucht, ist er komplett am Boden. Auf der Flucht vom FBI und offensichtlich den ganzen Tag am Saufen. Er wicht ihn auch verkatert, muss ihn erstmal unter die Dusche stellen. Ich habe gehört, von dir kann ich noch einiges lernen. Also trinken kann ich schon. Sehr schön. Und das ist auch, es ist nicht einfach nur so der alte Erfahrene, der ihn einfach komplett einweist, sondern Hooker ist halt so einer, der einfach seinen eigenen Willen hat. Deswegen gibt es zwischen den beiden die ganze Zeit so diese wunderschönen Buddy-Movie-Momente. Ja, das ist toll. Ich könnte den beiden dabei zuschauen, wie sie so ein Road-Movie für fünf Stunden ist. Ja. Könnte ich mir echt angucken, die ganze Zeit von den beiden. Das ist super. Es gibt immer wieder diese Momente, wo Gondorf Hooker was zeigen will und Hooker so ein bisschen neben der Spur fährt, so ganz leicht. Zum Beispiel eben in dieser Montage, dann werden sie den Coup vorbereiten, wenn Hooker angezogen wird und seine Nägel gemacht werden und seine Haare gemacht werden. Und man sieht, er ist mit allem unzufrieden und unglücklich. Er guckt seine Hände total irritiert an. Er weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Seine Haare, dann gibt es diese Zähne, wo er den Anzug hat und sich tierisch drüber aufregt, wie dieser Anzug geschnitten ist. Und Gondorf sitzt halt so ein bisschen wie der alte, erfahrene, eigentlich schmunzelnd nebendran. Die ganzen Vorbereitungen, diese Inszenierung dieser einzelnen Sachen ist einfach wunderschön. Es gibt gar nicht so wenige Montagen. Es gibt immer mal wieder so musikalische Szenen dazwischen. Es ist ja aber auch bei so Vorbereitungen, der ganze Film ist ja eine Vorbereitung eigentlich. Der Payoff ist am Ende so fünf Minuten und das war's. Das heißt, du hast eigentlich nur Vorbereitungen und andere Filme würden das tatsächlich in einer einzigen Montage machen. Also ich denke an Ocean's Eleven, wenn die dann wirklich die richtigen hier Planungen, du da, du da, du da, Lava, 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 Musik, man sieht ganz viele Schnitte. Genau, aber der ganze Film hier ist eigentlich die Vorbereitung und ich find's ganz toll, weil gerade das auf dem Zug find ich super. Wie sie die Angel einmal auswerfen und hoffen, dass er anbeißt. Ja. Und Paul Newman ist großartig. Das Pokerspiel. Das Pokerspiel ist der Hammer. Ich glaube, Roger Ebert war's, der gesagt hat, das ist eine der lustigsten Szenen aller Zeiten und das trifft es auch total gut. Also sie müssen irgendwie den Haken auswerfen, sie müssen die Aufmerksamkeit von Doy Lonegan gewinnen und dann versuchen sie im Team mittlerweile, versuchen sie halt herauszufinden, wie sie an ihn rankommen und stellen fest, dass es ein ziemlicher Langweiler ist, der nicht viel macht. Aber er spielt Poker und zwar im Zug in einer hochdotierten Partie und der betrügt auch beim Pokerspielen. Und offensichtlich hat Gondorf auch einige Ahnung vom Poker und auch vom Falschspielen beim Poker. Und es gibt diese eine ganz wunderbare Slider-Fans-Sache, wo er in seinem Zimmer, also Zimmer, in seinem Abteil da im Zug die Karten rausholt, die ja gefakt sind, die dann irgendwie dazu führen, dass er gewinnen kann, wo er so ein paar Fingerfertigkeiten spielen lässt. Und es sind nicht die Hände von Paul Newman. Nein, es sind leider nicht die Hände von Paul Newman. Aber sie haben es gut geschnitten, dass man es nicht sieht. Wirklich sehr gut gemacht, ja. Das, was er da macht, ist großartig, ne? Also wirklich tolle Sachen dabei. John Scarn, der Technical Advisor war das, um den Namen nochmal zu sagen, der wirklich einfach so ganz klassische, tolle, wie nennt man, Slide of Hands macht. Ja, genau, so ein bisschen Flourishes, so ein paar Kartentricks, die einfach ein paar Mal abheben, oben ist immer noch die gleiche Karte. Oder irgendwie mischen und das ist immer, dass er sozusagen immer weiß, ich kann die Karte, die ich brauche, kontrollieren auf eine bestimmte Art und Weise, ohne dass man es merkt. Ja. Das ist wirklich toll. Also wirklich, allein das lohnt sich nun, das gibt bestimmt bei YouTube im Ausschnitt einfach nur. Ja, die Szene, die gibt es mit Sicherheit bei YouTube zu sehen. Und dann lässt er sich halt, dann bestecht er halt einen Zugschaffner, damit er in diese Pokerpartie reinkommt und spielt da dann eben die Rolle von Sean. Von einem Geschäftsmann, der keine Manieren hat und sturzbetrunken ist und trotzdem beim Pokern alle schlägt. Vor allem eben Lonegan, den sie vorher noch haben beklauen lassen. Er kommt da echt rein, ich weiß nicht, welche Übersetzung die gewählt haben, aber wenn ich das jetzt übersetzen müsste, er kommt rein mit den Worten, sorry, das ist zu spät gekommen, ich war noch scheißen. Ja, genau. Oh mein Gott. Und trinkt halt seinen Gin vor sich hin, googelt vorher mit dem Gin. I was taking a crap. Ja. Und setzt sich dann halt irgendwie so richtig schlimm rüpelhaft an diesen Tisch und mischt sich da rein und alle total. Und Lonegan sagt noch, wir tragen hier Krawatten am Tisch. Und er so, hey, klar, natürlich, danke. Natürlich gibt es nachher eine Szene, wo er sich in die Krawatte reinschnäuzt, die er von Lonegan gekriegt hat. Das ist großartig. Das ist so eine tolle Szene. Und er ist einfach ein Rüpel und er sagt den Namen von Lonegan die ganze Zeit falsch. Ja. Und es ist mit so einer Chuzpe gespielt. Ich liebe, ich will ihm einfach die ganze Zeit dabei zuschauen. Es ist so schön gespielt, ich liebe es. Und da kommen wir natürlich, die Szene funktioniert auch so gut, weil da haben wir unseren Bösewicht, unseren Schurken, der ausgeraubt werden soll. Dory Lonegan, gespielt von Robert Shaw. Ja. Und diese Szene zwischen den beiden, diese Interaktion, wo wir sehen, dass Lonegan immer wütender wird von Sekunde zu Sekunde und immer genervter ist von diesem Typen, der jetzt an seinem Pokertisch sitzt und dann auch noch gewinnt. Ja. Großartig, ganz toll. Und dann ziehen sie sich zurück, fünf Minuten Pause. Dann gehen sie in ihren Abteil und sagen, okay, gib mir die gezinkten Karten. Das letzte muss ich gewinnen, damit wir das Geld wieder zurückbekommen. Und dann funktioniert selbst mit den gezinkten Karten das nicht, weil eben natürlich unser Held selbst noch gezinkte Karten mit dabei hat und die dann mit einbringen kann. Ach, ich hätte mir fast gewünscht, dass sie ein bisschen besser zeigen, wie er es schafft, da diese drei Buben mit einzuschleusen. Das ist ja überhaupt nicht gezeigt. Ich glaube, es ist auch schwierig. Also es wird ja, es wird zu viel gezeigt in diesen Szenen. Wir haben den Anfangstrick, wo wir einfach mal sehen, wie Paul Newman sich vorbereitet. Dann sehen wir, wie Lonegan bescheißt beim Spiel. Und zwar wird von seinem Bodyguard, der immer mal wieder da ist, der irgendwie auch eine witzige Rolle ist, weil der eigentlich nur so der ruhige Typ im Hintergrund ist, der immer ein bisschen fies guckt und gar nicht so groß aussieht, wie man sich einen Bodyguard vorstellen würde. Also der hat einfach nur eine Schlägernase. Der hat eine Schlägernase, er hat breite Schultern, aber er ist jetzt nicht größer als Lonegan. Nö. Und der steckt ihm halt das andere Spiel zu und der tauscht das dann aus. Und er steckt natürlich seinem Kontrahenten Sean, will er auch ein gutes Blatt zustecken, damit sie um wirklich viel Geld spielen können. Ich glaube, vier Dreien gegen vier Damen oder so ist das jetzt hier? Genau, genau, ja. Und dann tauscht irgendwann Paul Newman die Karten aus, wir sehen nicht wie, und besiegt ihn. Und dann schuldet Lonegan ihm richtig viel Geld. Und ich war bis dahin nicht sicher, ob er absichtlich verlieren oder ob er gewinnen muss, weil ich nicht wusste, worauf wollen sie denn hinaus? Wie wollen sie ihn denn kriegen? Wollen sie ihn gewinnen lassen und ihm die Chance geben zu sagen, das ist ein spannender Kontrahent, mit dem muss ich mehr spielen? Oder was, worauf wollen sie denn aus? Wir erfahren es einfach nicht, weil wir hören Namen, aber wir wissen nicht, was das Team im Hintergrund plant die ganze Zeit. Und wir kriegen es dann raus, indem Robert Redford dann zu Lonegan geht, zu dem Bösewicht und sich ausgibt als jemand, der sich rächen will am eigenen Arbeitgeber. Ja, er sagt, er arbeitet für Sean, er heißt Kelly und er will den ausnehmen und er weiß auch wie, eben durch diesen Trick, den er ihm zeigen könnte. Ja, und das nimmt dann natürlich Lonegan gerne an, weil er ja gerade stinksauer auf diesem Typen ist. Und das finde ich auch eben so einen cleveren Move, zu sagen, ah, okay, wir geben ihm einen Grund, sich rächen zu wollen und dann geben wir ihm das Werkzeug, sich rächen zu können. Und Drache macht immer blind und das finde ich großartig. Ja, stimmt. Das ist eine ganz tolle Idee. Also der Drehbuchautor ist wirklich so ein bisschen, wo ich denke, wow, cool. Und der war noch auf der Drehbuchschule, ne? Der hat ja irgendwie, das war so sein zweites Drehbuch, das erste. Ich weiß nicht genau, welches er als erstes angefangen hat zu schreiben, aber jedenfalls sind das seine ersten Projekte. Ja, wir müssen kurz über Inspiration und Plagiarismus reden. Oh nein. David Maurer ist Autor des Buches The Big Con. Ja. Das über die tatsächlichen kriminellen Fred und Charlie Gondorf war. Und der hat 1940 dieses Buch The Big Con geschrieben und der hat tatsächlich Universal verklagt. Der hat gesagt, das ist nicht von David S. Ward diese Geschichte, das ist einfach von meinem Buch geklaut. Aber vor allem der erste Teil, das war so sein, ne? Der Autor sagte natürlich wiederum, na, ich habe ganz viel gelesen natürlich und dann ist natürlich hier und da mal eine Inspiration reingerutscht, aber das ist ja kein Plagiatismus. Und ich sage eigentlich, also meine Position ist, jeder lässt sich von allen Sachen inspirieren und everything is a remix. Aber es gibt eine Grenze, ne? Also es muss irgendwo eine Grenze geben. Das stimmt. Ich habe das Buch natürlich nicht gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber offensichtlich hat es gereicht, dass sie sich geeinigt haben und dass Universal eben 300.000 gegeben hat, was nicht wenig Geld ist. Was wirklich nicht wenig Geld ist, ja. Das ist richtig. Ja, es ist schwer zu sagen. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich das Buch nicht gelesen habe, aber ich finde, es gibt irgendwo immer so eine Grenze, wo halt die Inspiration aufhört und das Plagiat beginnt. Ja. Und es wäre ganz interessant, mal dieses Buch The Big Con mal so durchzublättern und zu gucken, wie weit hat sich Ward inspirieren lassen davon und wie viel ist in den Film eingeflossen. Das kann ja auch so das Prinzip sein, dass er sagt, ja, ich habe ganz viel gelesen, aber dann haben wir trotzdem 70 Prozent Einfluss von diesem einen Buch und dann der Rest ist halt so zusammengestückelt aus vielen kleinen. Dann wird es halt auch schon problematisch, ne? Ja, können wir nicht abschließend beurteilen, Plur. Ich bin zu begeistert von dem Film, als dass ich da böse Sachen streuen will. Und dann kommen sie mit der Geschichte. Tatsächlich, das Kapitel heißt auch The Tale und Gondorf, Lonegan ist zum ersten Mal in diesem Wettbüro von Gondorf, das sie aufgebaut haben, mit allen kleinen Ganonen der Stadt, die alle tierisch sauer sind, weil Lufa war offensichtlich ein bunter Hund, der war bekannt. Ja, genau. Der war beliebt und alle denken, wir müssen jetzt was machen. Zum einen wollen wir uns an diesen Typen rächen, der dafür verantwortlich ist und zum zweiten ist es auch ganz cool, wenn wir ein bisschen Geld haben für seine Familie. Ja. Und dann bauen sie dieses riesige Wettbüro auf und haben wirklich 20, 30 Statisten. Das ist unglaublich. Das ist total toll. Es wird auch gezeigt. Es gibt so diesen, wieder so eine schöne Montage, wo gezeigt wird, wie sie das aufbauen und wie sie die Leute casten und wie sie gucken, was sie damit machen können. Joe Eerie darf auch eine Rolle spielen. Ja, das ist so süß. Und wir haben plötzlich, natürlich ist der Film so ein, das Dreamteam ist Paul Newman und Robert Redford, aber wir haben so einen ganzen illustren Haufen von kleinen und größeren Ganoven. Ja, die alle ganz toll, liebevoll erzählt sind. Um zwei hervorzuheben, die ich wirklich, die einfach, jedes Mal, wenn diese auftauchen, macht es mir Spaß und zwar ist das eine Kid Twist, gespielt von Harold Gold. Das ist der mit dem eleganten Schnauzer. Ja. Und dem Hut, der quasi das Ding kauft. Der Theaterdirektor quasi. Ja, der sehr viel im Hintergrund organisiert und der die Leute castet, der ist so fantastisch, so ein ganz eleganter Ganove der alten Schule. Ja. Ich finde diesen, ähm, ich finde diesen, äh, JJ, total toll, der wird gespielt von Ray Walston. Wer ist das? Das ist der, ähm, der macht eigentlich nicht viel, das ist, glaube ich, ein Irre. Er soll, glaube ich, ein Irre sein, er ist so ein bisschen grumpy old man. Dabei ist er gar nicht so alt. Der ist aber auch von Anfang an mit dabei. Der macht sich den Bart am Ende ran, ne? Ne, das ist jemand anderes. Das ist jemand anderes. Okay. Warte, sag ich mal kurz, der ist bei den Malerarbeiten dabei. Ah, ja, ja. Bei den Malerarbeiten sind es Kid Twist und JJ. Und JJ ist immer so ein bisschen der ruppige Mann von der Straße, so ein bisschen. Ich glaube, das ist der Schauspieler. Ich habe danach so ein bisschen die Schauspieler durchgegangen, bin durchgegangen und habe mir natürlich alles nicht gemerkt. Deswegen habe ich die Verbindung auch nicht sofort hergestellt. Aber ich glaube, das ist der, der 96 Jahre alt geworden ist. Der immer, also der echt lange gelebt hat. Ja, 97, 96, ja. Und der, den ich vor allem kannte, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, kannte ich ihn schon aus der Serie Picket Fences, wo er den Richter spielt. Okay. Und deswegen habe ich auch sowieso schon, ich mag ihn einfach. Also ich mag den Schauspieler einfach. Aber ich finde, der Rolle ist er auch total schön. Auch so ein bisschen im Hintergrund. Er macht nicht zu viel, aber immer wenn er da ist, freue ich mich, ihn zu sehen. Ja, stimmt. Überhaupt, diese Malerarbeiten ist ja auch eine geile Sache, ne? Tolle Szene. Sie brauchen irgendwie ein Büro, weil der Bösewicht darauf besteht, die Männer im Hintergrund kennenzulernen, die das Ganze mit der Radioübertragung irgendwie managen. Und die gibt es natürlich eigentlich nicht, ne? Es ist ja alles nur Fake. Und dann müssen sie sich irgendwie ein Büro organisieren. Und dann stolzieren sie irgendwo in irgendein Büro rein als Malerleute, sagen, der Chef hat gesagt, wir sollen hier malern, geh mal raus. Ja. Und dann haben sie natürlich eigentlich nicht genug Zeit, den Typen dazu empfangen und lassen ihn über die Hintertür quasi so einmal reinlucken in das angebliche Büro von diesem Typen, der das organisiert. Und dann gehen sie zusammen irgendwo was trinken. Aber diese Ruzpe, da einfach rein zu spazieren. Ganz viel von dem, was sie machen, funktioniert auch einfach so gut, weil sie überhaupt keine Angst kennen und einfach so wirklich offensiv sagen, wir machen das jetzt. Ja. Und einfach, sie haben einfach das, sie haben das Handwerkzeug, um Leute zu überzeugen, dass sie das kriegen, was sie kriegen wollen. Ja. Und das haben diese Ganoven alle. Und das ist so schön zu sehen, wie die eben diese Inszenierungen machen, diese kleinen und großen Inszenierungen. Du hast gesagt, der mit dem Bart, du meinst wahrscheinlich der, der den englischen Gentleman spielt, der. Ja, genau. Der ist auch ganz toll, der hat ja auch nur zwei Zähne eigentlich. Aber das ist so, die Rolle ist einfach so toll ausgearbeitet. Wir sehen diese Rolle und wir wissen direkt, wie diese Figur tickt. Wir wissen, das ist ein Mensch, der total Spaß an seinem Beruf hat. Also beim Casting sehen wir vor allem. Ja, ja, ja. Und da sagt er halt, ja, ich hab mein eigenes Zeug dabei und ich kann das gut und ich kann das gut. Und wir wissen, der hat schon tausende dieser Sachen durchgezogen und er hat's einfach drauf. Mit dem willst du zusammenarbeiten. Oh Mann. Und es ist so schön, dass dieser, den du am Anfang hattest, der dritte im Bunde eigentlich mit Luther gewesen ist. Joe Eerie. Joe Eerie, der auch dann nochmal dabei sein darf. Und das Süße ist, da kommt der Bösewicht das erste Mal rein, setzt sich da hin, neben ihn und er kriegt so einen nervösen Anfall und übertreibt erst mal voll mit dem Spiel. Los, los, los. Und feuert die nicht vorhandenen Pferde an und es ist so geil. Und dann jemand irgendwo im Hintergrund guckt ihn an und so, weniger, weniger. Das ist super. Ja. Gefällt mir total gut. Und ich finde, das wird mit so viel Liebe für die Menschen einfach inszeniert. Es sind einfach Ganoven, die ihren Job verstehen und deswegen fiebern wir mit ihnen mit, vor allem, weil sie eben einen viel schlimmeren Verbrecher übers Ohr hauen. Dieser Lonergan, dieser Bösewicht, ist einfach mal so die Quintessenz des bösen Obergangsterbosses, der über Leichen geht. Das wird auch gesagt, der Killer hat, die er auch auf Hooker ansetzt. Den ganzen Filmen über geht's auch immer wieder darum, dass Hooker versucht, vor den Killern wegzurennen gegen Jagen. Mit einem netten Twist übrigens auch noch. So ganz nebenbei baut der Film dann noch so einen Twist ein, wer am Schluss der Hauptkiller ist, der hinter ihm her ist. Ich gucke gerade sehr fragend. Salino, Loretta Salino. Er ist die ganze Zeit auf der Flucht vor den Killern und dann sagt Lonergan, die sind nicht erfolgreich, wir müssen unseren besten Killer ansetzen auf ihn. Und das ist Salino. Und dann wird dieser Name Salino immer mal wieder gesagt, dass dieser Salino so gefährlich ist, aber wirklich gut, ist ein totaler Profi. Und währenddessen wird erzählt, dass Hooker in einer Bar eine Frau kennenlernt, die da arbeitet. Ah ja, stimmt, genau. Und die erst vor kurzem arbeitet und er flirtet auch mit ihr und verbringt dann auch tatsächlich eine Nacht mit ihr. Und dann kurz vor dem großen Sting erfahren wir, dass sie ist Salino. Sie ist der Killer und sie versucht ihn umzubringen, aber Gott sei Dank hat Gondorf die ganze Zeit ein Auge auf ihn geworfen und hat jemand anderen angeheuert, der auf ihn aufpasst und der dann Salino umbringt. Ja, wirklich ein schöner Twist, vor allem weil mir das erzählt, dass auch Robert Redford, also Hooker, nicht alles im Auge hat. Und auch, dass das sehr fragil ist alles. Und dass man da, dass die Gefahr doch recht groß ist, dass es auch schief gehen könnte. Das ist eine gute Methode, das nochmal mit einzubringen und nochmal zu erzählen. Auch mit dieser Figur des Snyder, die einzige Gesetz, nicht gesetzestreue, die einzige Figur, die das Gesetz repräsentiert, ist ein ziemlich korrupter Polizist. Und der ist ihm ja auch die ganze Zeit auf den Spuren. Und das ist so ein richtig schöner, widerlicher Kopf, der auch richtig ätzend ist, der sich bestechen lässt, der die Ganoven erpresst, der überall versucht, was rauszuholen für sich. Und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Also es gibt zwei Szenen, wo er wirklich brutal ist, einmal gegen Hooker ganz am Anfang und dann einmal gegen Joe Eerie, wo er ihm in der Bar den Kopf auf den Tisch haut. Da sind die Sympathien auch klar verteilt. Wir wissen, diesen Kopf hassen wir. Aber der ist halt auch so eine permanente Bedrohung, weil wir wissen, wenn der Hooker wirklich schnappt, dann war es das. Woher kenne ich den Schauspieler? Von Snyder? Ja, ich bin nicht mehr dazu gekommen, das jetzt noch zu googeln, woher ich den kenne. Aber es kommt mir so bekannt vor. Das ist Charles Durning. Wahrscheinlich am bekanntesten aus Tutsi. Nein. Wo er der alte Typ ist, der, also Tutsi ist ja der Film, wo Dustin Hoffman sich als Frau verkleidet, um, ich weiß gar nicht mehr, was der eigentlich Anlass davon ist. Weiß ich auch nicht mehr. Und Charles Durning verehrt dann diese Tutsi und versucht und stellt ihr die ganze Zeit nach. Und du kennst Charles Durning auch aus, das sehe ich jetzt aber gerade wirklich, während ich seine Filmliste aufhabe, aus. Ne, doch nicht. Wahrscheinlich schon ein paar ältere Filme auch. Aus dem Remake von To Be or Not To Be, aber ich weiß nicht, was er da spielt. Ah, natürlich, ja, auf jeden Fall. Geil. Was spielt er denn da? Ähm, äh, gute Frage. Ähm, aber ja, ich weiß. Ah, natürlich, ist er der, 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 ähm, sie nennen mich Concentration Camp Erhard. Ah, geil. Er ist Concentration Camp Erhard in dem Remake von Mel Brooks von Sein oder Nichtsein. Wir haben in einer der letzten Episoden über Sein oder Nichtsein gesprochen, also vor allem über den Lubitsch-Film. Ja. Und dieses Remake von, von Mel Brooks ist ja, trifft leider immer so knapp daneben bei vielen Sachen und hat aber so ein paar eigene Sachen, die wirklich sehr gut gelungen sind, wie zum Beispiel das Ende, darüber haben wir lang und ausführlich geredet. Hört euch diese Episode an, es ist wirklich toll. Ähm, ist ein toller Film. Und Charles Durning ist in dem Film auf jeden Fall klasse. Und Charles Durning ist in diesem Film hier auch, wenn er relativ wenig Szenen hat, auch ganz fantastisch, weil wir lieben es, ihn zu hassen. Ja. Ja, es ist wirklich toll. Ein guter, wirklich toller Schauspieler. Genau, die Maler arbeiten bei Western Union dann. Lonegan will einfach sehen, also Lonegan kauft die Geschichten nicht sofort, dass sie, dass sie einen Kontakt haben zu Western Union und wissen, wie die Pferde, die die Rennen ausgehen, bevor sie wetten. Und will deswegen einmal das Büro von dem Kontaktmann sehen. Und dann schleichen sie sich so mit Malerausrüstung bei Western Union rein und bauen ganz schnell das Büro um und Kid Twist spielt dann den Kontaktmann. Und sie haben da extra das Bild ausgetauscht, was auf dem Treibtisch steht. Dieses absurde Familienbild. Ja, so absurd. Und man denkt sich, Gott, wenn der wirklich genauer hinschaut, dann weiß der sofort, dass das alles totaler Scheiß ist. Kathleen Freeman ist die Frau, die auf dem Foto zu sehen ist. Das ist wohl eine sehr bekannte Schauspielerin. Okay. Was hat dich damit zu tun? Ja, das ist eine gute Frage. Das werde ich jetzt ganz schnell live hier googeln. Wahrscheinlich gar nichts, aber sie haben ein Foto von einer Frau gebraucht, die unter anderem in Blues Brothers gespielt hat. Oh, okay. Und dann nackte Naked Gun und eine riesige Filmvita hat. Mal sehen, was sie in den 60ern und 70ern gespielt hat. Da war sie ein Model. Und hat nur Fotos von sich für irgendwelche Filme. Viele Filme, die ich nicht kenne einfach. Okay. Where Does It Hurt, The Unholy Rollers, So Evil My Sister. Oh, das sieht aus nach Trash und Exploitation. Also zumindest diese Unholy Rollers. Das ist ja genau dein Genre-Plot. Ja, ein Inliner-Action-Film, wenn ich das richtig sehe. Oder ein Rollschuh-Action-Film. Was? Okay, sie hat viele Komödien gedreht. Okay. Ja, gut. Support Your Local Gunfighter. Was? Ein Rest von Burt Kennedy. 1971. Okay. Die Frau auf dem Foto. Kathleen. Wie kamen wir jetzt darauf? Weil die Maler-Szene so toll ist und dieses Foto so absurd ist, dass sie da hinstellen. Richtig, genau. Und dann schluckt es Lonergan endlich. Ja. Es gibt noch dieses eine Zwischenspiel, wo er sagt, er will noch einmal ein bisschen mehr Geld setzen und dann überlegen sie im Hintergrund, was machen wir jetzt? So viel Geld haben wir nicht. Und dann machen sie eigentlich einen ganz simplen Trick und lassen, kurz bevor er die Wette abgeben kann, bildet sich eine große Schlange vor dem Wettschalter und deswegen kann er seine Wette nicht rechtzeitig abgeben. Ja. Was ihn sehr ärgert? Dann kauft er es aber. Dann hat er es geschluckt. Er ist jetzt bereit, seine 500.000 zu nehmen und die dort einzusetzen, um daraus aus seiner Sicht 2 Millionen, 3 Millionen zu machen, Gondorf in die Ruin zu treiben und einfach mal wieder Geld gemacht zu haben. Wow. Wenig ahnt er, was passieren wird. Übrigens, dieser Schauspieler, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, uh, ich könnte ihn hinkend spielen. Was aus einer Geschichte von Kishon ist, der erzählte, wie der Schauspieler am Theater sich alles Mögliche überlegt hat für diese Rolle und dann fällt immer wieder dieser Satz, ich könnte ihn hinkend spielen. als Synonym für, ich bin der große Künstler und überlege mir sonst was für die Figur. Er hinkt, aber dann ist mir irgendwann eingefallen, ich gucke mal nach, ist das echt? Das ist echt. Ja. Leider hatte der tatsächlich gerade eine Verletzung und musste diese Rolle hinkend spielen, weil er so eine Schiene dann am Bein hatte. Und es passt wirklich gut zu der Rolle. Es ist unglaublich gut. Ich sollte öfter Dinge, die ich gerade habe, irgendwie mit in den Film reinbringen. Robert Shaw. Ganz, ganz, ganz toller Darsteller übrigens auch. Ja. Und der spielt diese Rolle super. Der spielt das wirklich super. Und man nimmt ihm alles ab und man fiebert wirklich mit, gerade weil er so ist, wie er ist. Dieser fiese, ernste Typ, der keinen Spaß am Leben hat. Also richtig gar keinen Spaß versteht, weißt du? Das ist so, man sieht es ihm sofort an. Ein Blick von ihm reicht und man sagt sich, okay, ich versuche hier nicht lustig zu sein. Komplett humorbefreit. Ja. Ja, krasser Typ. Und dann kommt es, genau, dann haben wir den Vorabend des Dings. Da ist zum einen diese Sache, wo Hooker dann mit seinem potenziellen Killer ins Bett steigt. Und dann ist aber auch vor allem die Sache, wo er vom FBI geschnappt wird und zwar von Snyder. Snyder hatte zwischendurch Kontakt mit dem vermeintlichen FBI und die haben gesagt, wir wollen Gondorf und wir wollen, dass du uns Hooker bringst. Und Snyder bringt ihnen dann Hooker und dann machen sie einen Deal. Hooker sagt, er will das Ding auf jeden Fall durchziehen. Das dürfen sie auf keinen Fall verhindern, aber dann kann er ihnen alles sagen. Und dann machen sie halt den Deal, dass sie, sobald das Ding durchgezogen ist, dass das FBI zusammen mit Snyder kommt und Gondorf festnimmt. Vermeintlich. Vermeintlich. Wir als Zuschauer kaufen das voll ab. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich das auch geglaubt. Absolut. Krass. Ja, ja, genau. Schickt jetzt hinter, geht er ihnen ja doch. Ja. Nicht schön. Und da fiebert man echt mit und hofft, irgendwie muss er da rauskommen und irgendwas muss doch passieren. Nein, tu es nicht. Aha. Und es ist toll, weil, was mir jetzt erst wieder aufgefallen ist beim wiederholten Gucken, dadurch, dass die beiden sterben, gibt es ja überhaupt niemanden mehr, an dem man sich rächen könnte oder den man festnehmen könnte. Und das ist so geil. Das ist so clever. Und Snyder braucht Hooker nicht mehr zu jagen, weil er denkt, dass er tot ist. Genau. Lonegan hat niemanden mehr, an dem er sich rächen kann. Und damit ist alles, alles aufgelöst. Das ist so großartig. Der eigentliche Coup ist da nämlich, also man denkt zuerst noch, der Coup würde darin bestehen, dass sie Lonegan am Telefon so ein bisschen schwammig sagen, wie er setzen soll. Und er setzt deswegen am Wettschalter falsch. Und zwar Place statt Sieg. Und Place ist ja der zweite Platz. Genau, Place ist der zweite Platz. Und das denken wir auch ganz wirklich kurz. Lonegan gibt dann seine Wette, absitzt, dann kommt der Kontaktmann, gespielt von Kipp wieder und hat alles geklappt. Und Lonegan sagt ganz selbstbewusst, na klar, ich habe auf Sieg gesetzt. Und er sagt, nein, 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 Place, Place. Und dann denken wir, ah, so ging der Trick. Ja. Und Lonegan stürmt zum Wettschalter und dann wird die Tür aufgestoßen. Und die Polizei kommt. Und die Polizei und die FBI kommen. Und eben das letzte große Schauspiel, das sie dann zu Hooker sagen, vielen Dank, hast du gut gemacht. Gondorf zieht seine Kanone, erschießt Hooker. Die Polizei, das FBI zieht eine Kanone, erschießt Gondorf. Und der Typ vom FBI sagt zu Snyder, und jetzt schaffen sie so schnell wie möglich diesen Bank heraus, bevor die Presse da ist. Und Snyder haut mit Lonegan ab. Und Lonegan so, nein, wir können nicht gehen, da ist so viel Geld vor mir. Und Snyder sagt, nein, 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 wir müssen jetzt sofort los. Gleich kommt die Presse, sie dürfen auf keinen Fall hier gesehen werden, zwei Menschen sind gestorben. Und das ist so geil, man kann sich darauf verlassen, dass Snyder total korrupt ist und den Gangster rettet. Der einfach eben auch, naja, auf seiner Payroll ist, ne? Ja. So krass, man. Und dann Schnitt zurück ins Wettbüro. Es ist geschafft. Und alle jubeln und freuen sich. Ende der Veranstaltung. Gondorf steht auf. Beim ersten Mal, als die Tür sich hinter dem ersten Besuch von Lonegan schließt, denkt man noch, jubelt mal nicht zu früh. Vielleicht macht er jetzt Kehrt und kommt mal nochmal zurück. Oh, ich hab meine Brieftasche vergessen. Genau. Aber, ja, geht ja alles gut. Ähm, ja, ganz wundervoller Film. Es gibt ein paar One-Liner, die großartig sind. Es gibt, diese Story ist so wahnsinnig gut gestrickt. Die Schauspieler sind der Hammer. Johannes, du musst noch was zur Musik sagen. Du hast die Schallplatte. Ich hab die Schallplatte. Kannst du mir sagen, warum sie 1905 Ragtime benutzen? Nein, aber es passt so wie Faust auf Auge. Das ist aber ein Stretch, auf den muss man erstmal kommen. Ja. Du hast, der Film spielt 1930. 1936. 1936. Es ist nicht, nicht Ragtime-Zeit eigentlich. Es ist nicht, Scott Joplin ist, ähm, Scott Joplin? Ich glaube, ja. Ähm, das ist ein bisschen vorbei, die Ära. Ähm, 70er Jahre ist es noch viel. Na, genau. 20 Jahre vor dem Film. Also, äh, es ist überhaupt nicht die Zeit dafür. Warum nimmt man Ragtime? Ich find's großartig, aber warum nimmt man Ragtime? Wie kommt man darauf? Und dann hat das ein bisschen umgeschrieben, der, der Typ, der damit beauftragt wurde. Marvin Hemlisch. Genau. Und, ähm, der war auch am Anfang gar nicht so begeistert davon, weil der wollte ja eigentlich einen Original-Score selber schreiben. Und dann hat er diesen Film gesehen, wie er war und hat auch schon gesehen, es gibt schon Stellen für ihn, die wirklich komplett frei von Dialog sind, die ja nur für ihn sind, dass er das musikalisch füllt. Und er fand den Film so großartig und hat dann irgendwie gesagt, okay, ich mach's. Es gibt wirklich so schöne musikalische Szenen, so ganz simple, kurze Sachen. Zum Beispiel, wenn Huka ganz am Anfang, wenn sie den ersten, den ersten, äh, Betrug durchgezogen haben, wo Huka das Geld hat und sich dann einkleidet. Und dann geht der über die Straße und dann ist das fast so ein Tanz, wenn er nochmal so seine Füße zusammenschlägt. Ja. Und er, genau, er tanzt ja auch wirklich so zurück. Genau. Es ist einfach schön, diese musikalischen Momente, die sich die ganze Zeit durch den Film ziehen und die ganze Zeit begleitet von dieser Scott-Joplin-Musik. Ich hab tatsächlich, bis ich jetzt für den Film recherchiert habe, bin ich fest davon ausgegangen, dass es Original-Kompositionen von Joplin sind. Ach so. Ich hab's jetzt zum ersten Mal gelesen, dass es doch jemand anderes war, aber der wirklich einfach so, sich so stark orientiert hat an diesem Rack von Joplin, dass es kein Unterschied zu hören ist, ne? Ja, naja, naja, es gibt einen Unterschied, aber es ist halt dieses Thema, kommt ja immer wieder im Film vor, in verschiedenen Variationen, weil du natürlich für jede Szene, du hast einen anderen Bogen, den du schlagen musst für die Musik. Ja. Aber es ist ziemlich original Joplin. Und es ist super. Ich weiß nicht, ob du seine Musik kennst großartig. Sowas, so Hintergrundmusik, ich bin jetzt nicht der große Jazz- oder Rackhörer, aber es ist Joplin, klar, also man stolpert immer wieder über Kompositionen von ihm. Das ist Wahnsinn, ein unglaublicher Typ, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Ich liebe diesen Typen, das ist wirklich toll. Naja, ja, hört euch Racktimes von Joplin an. Oder eben den Soundtrack von Das Ding, von Marvin Hemmlicht. Jetzt müssten wir eigentlich irgendwie noch zu unserer Top 3 rüber schwenken. Lass uns das Fazit machen und ganz am Schluss die Top 3, dann haben wir die Struktur gewahrt. Die Struktur gewahrt? Unsere Struktur? Ja, das machen wir immer so. Wir haben eine Struktur. Welche Struktur? Okay, Fazit, Plur, Fazit mal. Ich liebe diesen Film. Es ist für mich Perfektion. Ja. In ganz vielen kleinen Details. Und man könnte sagen, es ist ein braver Film, es ist ein nostalgischer Film, er ist nicht so edgy wie viele andere Thriller und Krimis dieser Zeit, aber er ist mit so viel Liebe gemacht, dass er immer einen Platz in meinem Herzen haben wird und für mich auch tatsächlich einfach einer der besten Filme der 70er ist und ganz weit oben in meiner All-Time-Favorite-List. Ja, ich bin nicht unbedingt der größte Fan von Filmen aus den 70ern, aber da der Film nicht aus den 70ern ist, also eigentlich ja, aber irgendwie ist der Film halt so aus der Zeit gefallen, aus seiner Zeit gefallen, dass er es irgendwie geschafft hat, ein absolut zeitloser All-Time-Favorite zu sein. Ja. Und ja, er ist einfach, er hat ja auch, er hat richtig abgeräumt bei den Oscars damals und er ist geliebt unter Kritikern und Kritikerinnen, er hat einfach den Ruf einer der besten Filme zu sein und den hat er sich auch einfach verdient, weil er wirklich mit so viel Liebe zum Detail gemacht ist, mit so viel Perfektion, da merkt man einfach, was mit Filmmachen möglich ist. Ja. Das ist wundervoll. Ein Fazit möchte ich noch nachschieben, für alle O-Ton-Fetischisten, ich habe diesen Film zum ersten Mal jetzt im Originalton gesehen und festgestellt, dass ich ohne Untertitel aufgeschmissen wäre, wegen diesem Street-Slang aus der Zeit, der ganz viel benutzt wird. Ich musste auch mal nebenbei mal wieder so Begriffe googeln, was die bedeuten, also man bräuchte eigentlich so ein 30s Urban Dictionary. Ja, stimmt. Die deutsche Synchronisation von dem Film ist ganz hervorragend. Ja, es ist halt auch aus einer Zeit, wo die deutschen Synchronisationen noch wirklich sehr gut waren. Also muss man schon sagen, wir sind in Deutschland in dieser Zeit, 50er bis 80er, 90er vielleicht sogar noch, weiß ich nicht mehr ganz genau, weltweit in der Synchronisation führend gewesen. Unsere Tonqualität war immer hervorragend und unsere Synchronbücher waren immer hervorragend. Das Synchronbuch vor allem, sie haben teilweise Sachen komplett anders übersetzt als im Film. Also im Original gesagt, zum Beispiel wenn Hooker mit in dem schicken Anzug seine Frau abholen geht, ganz am Anfang, da wird er gefragt, im Original fragen sie ihn, willst du heiraten oder so, are you marrying oder so, oder are you getting married? Und im Deutschen fragen sie, hat Rockefeller dich adoptiert? Ganz toll übersetzt, super. Schön. Also wirklich schön. Ja. Und einige Dialoge wurden dazu geschrieben, zum Beispiel auch relativ am Anfang, wenn wenn Hooker ahnt, dass Lufa ermordet werden wird, rennt er schnell zum öffentlichen Telefon, um Lufa anzurufen. Ja. Und da ist eine Frau drin und die schmeißt er dann raus aus der Zelle, telefoniert und rennt dann weg und diese Frau fängt dann an, auf Joe einzuhauen, der bei ihm war mit dem Schirm und dann flüchtet Joe in diese Zelle und im Original ist das komplett tonlos, also Joe sagt einfach gar nichts und im Deutschen sagt er, warum hauen sie denn auf mich, ich hab sie doch nicht da rausgezerrt, was soll das denn? Und es gibt mehrere Momente, wo die deutsche Synchro wirklich richtig stark ist, also ein Film, den man sich mit gutem Gewissen auch in der deutschen Synchronisation angucken kann. Ja, stimmt, absolut, ja. Dann müssten wir jetzt noch die Top 3 machen. One, two, one, two, three, four. Unsere Liste. Ja. Top 3. Schluss-Twists. Ja, weil das so einen tollen Twist am Ende hat, hab ich gedacht, wir gucken mal, was uns so an Twists einfällt. Hatten wir nicht schon mal eine Plot-Twist-Folge, hab ich während ich diese Liste gemacht habe, überlegt? Ich hab auch überlegt, aber das war gar nicht so, ich hätte bei Caligari gedacht, dass wir sie gemacht haben. Nein, früher, viel früher. Aber haben wir ja gar nicht. Ich glaube, bei irgendeiner sehr, sehr weit zurückliegenden Folge haben wir mal die besten Plot-Twists gemacht. Echt? Und das hast du nicht recherchiert, Plur? Nein, ich war mit der Liste schon fertig. Ach so. Ich hab die Liste ja auch erst heute Mittag gemacht, weil mir diese Liste erst heute morgen vorgeschlagen wurde. Ups. Von einem sehr verschlafenen Herr Franke. Ich bin echt, ich bin aufgewacht, war so schlaftrunken, nach meinem Handy getappt und dann kommt eine Nachricht von dir, die war schon seit zwei Stunden oder drei Stunden da, welche Top 3 haben wir denn? Und dann hab ich schnell überlegt, scheiße. Aber dafür finde ich, dass Plot-Twists eine gute Idee ist. War's bei Oldboy? Lass mich mal kurz schauen. Ne. Ich find's jetzt nicht. Vielleicht hatten wir's doch nicht. Ha. Wir müssen, wir brauchen einfach diese Darken Bank mal machen. Ja, müssen wir unbedingt mal machen. Es gibt so viele Sachen, die wir unbedingt mal machen müssen. Na gut, wir schauen auf die besten Schluss-Twists in Filmen. Ich hab bewusst jetzt auch gedacht, Schluss-Twists, also Sachen, die wirklich in den letzten Minuten reinhauen und überraschen. Okay, ja, 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 nee, ja, nee, 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 okay. Ich hab ein paar Honorable Mentions. Zuerst die Frage, Plot. Ja. Braucht jeder Film so einen Twist? Nein, um Gottes Willen, Plot nicht. Aber warum machen das alle? Warum muss das unbedingt jedes Mal sein? M. Night Shyamalan ist schuld. Wirklich. Nein, der ist nicht schuld. Der hat mit Sixth Sense in den Ende der 90er, aber die End-90er sind einfach schuld. Da hat's angefangen. Und plötzlich hat das Mainstream-Kino, das Blockbuster-Kino und auch das, das In-Kino nicht so schlimm, aber vor allem das Blockbuster-Kino, diese Geilheit an Überraschungen entwickelt. Wir müssen Zuschauer überraschen. Aber warum? Warum kann ich nicht einfach einen Zug auf den Gleis setzen und sagen, der fährt jetzt da lang und wir haben Vergnügen daran, zu sehen, wo der überall langfährt? Ich bin ganz bei dir. Ich glaube tatsächlich, es hat sich so ein bisschen die Meinung durchgesetzt, dass wenn wir den Zuschauer oder die Zuschauerinnen am Schluss nochmal so richtig schön überraschen können, dass die dann irgendwie mit einem Wow-Effekt aus dem Kino gehen und dass das vielleicht mehr stärkere Mund-zu-Mund-Propaganda auslöst und so weiter, was eben auch daran liegt. Und The Sixth Sense war so ein riesiger Erfolg wegen seinem Schlusstwist. Es ist egal, du musst den Film sehen. Der ist total überraschend am Ende. Und da hat auch diese Angst vor Spoilern eingesetzt. Die war früher auch nicht so stark. Aber das ist doch eigentlich auch bei Fight Club so. Ja, genau. Fight Club. Selbe Zeit. Fight Club. War der nicht früher? Ende 90er auch. 98, 99. Oceans 11. Anfang 2000er. Bei Scream haben sie das ganz krass gemacht im Horror-Kino, im Slasher-Kino. Das ist die große Überraschung, der große Reveal, wer ist der Killer? Und aus der Zeit gibt es einige Filme, vielleicht einer meiner Honorable Mention ist aus der Zeit, zwei sogar. Das Sixth Sense habe ich einfach nochmal mit reingepackt, weil ich nicht anders konnte. Weil der ist wirklich ein grandioser Twist. The Game ist auch aus der Zeit von David Fincher, hat auch diesen krassen Plot-Twist am Ende. Wo herauskommt, dass es dann doch nur ein Spiel war. Falls du dich erinnerst. Das heißt, ganz kurz, wir spoilern wie in unserem, also an den Zuhörer, wir spoilern, wie auch in dem ganzen Podcasting sowieso, wir spoilern jeden Film, den wir besprechen. Das heißt, diese Liste, die kommt ja nicht aus, ohne dass wir erzählen, was für ein Plot-Twist das ist, oder? Das ist zu spät für Spoilerwarnung, wir haben gerade das Ding komplett gespoilert und ich sehe auch keinen Sinn darin, einen Film, der 30 Jahre alt ist, oder wie in dem Fall 50 Jahre alt. Ja, aber bei einer Top-3-Liste habe ich schon nochmal überlegt, ob wir die jetzt Spoiler voll machen oder nicht. Bei ganz aktuellen Filmen wäre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger. Wir können ja mal die Filme nennen und wir können kurz überlegen, ob wir diesen Spoiler nennen wollen. Okay, gut. Also, der neueste Film wäre jetzt Caligari. Sollen wir da schon einen Spoiler sagen? Ja, da darf man spoilern. Der ist 100 Jahre alt, da darfst du spoilern. Ist Caligari deine 3 oder deine Honorable Mention? Habe ich gar nicht festgelegt. Jetzt kommt er in die Honorable Mention, weil ich ihn jetzt schon genannt habe. Das ist schon alles in Ordnung. Ich habe Arrival drin und der ist tatsächlich relativ frisch, deswegen würde ich da auf den Spoiler vielleicht verzichten. Ein toller philosophischer Science-Fiction-Film von vor 4, 5 Jahren. Ich habe Oldboy drin bei meinen Honorable Mansions, weil das so ein Magengrubenschlag ist am Schluss. Ja, das stimmt. Und zwei ältere Filme, die ich spoilern kann von meinen Honorable Mansions noch, Zeugen der Anklage. Ganz, ganz großartiger Plot-Twist, wo von 1957 ein Gerichtsfilm von Billy Wilder, in dem Marlene Dietrich die Frau spielt, die gegen ihren Mann aussagt, als Zeugin der Anklage. Und dann kommt heraus, dass sie das nur macht, weil sie sich an ihm rächen will und ihn loswerden will. Und dann kommt heraus, dass das Ganze nur inszeniert war. Moment, jetzt bin ich selbst verwirrt. Den müsste ich noch mal gucken. Geil. Ja, lass uns den noch mal gucken. Ich weiß nur, dass es am Ende so wumm, 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 ach so, ach so, ach so, ach so. Und du hast plötzlich drei Twists und dann ist es vorbei und du denkst nur, wow, das war krass. What a ride. Ja. Ähm, okay. Und noch einen älteren habe ich, äh, Silent Green. Ah ja, stimmt. Silent Green ist Menschenfleisch. Du hast gespoilert. Aber das war doch, das, also wann ist der, 80er? Äh, nein, 70er. 70er? Das Jahrzehnt, das du nicht magst. Okay, und, ähm, hast du, genau, Honorable Mentions, hast du was? Habe ich Honorable Mentions sonst noch? Äh, Kalli Gare habe ich gesagt. Dann würde ich mal noch, ja, dann kommt La Jeté jetzt noch auf die, äh, Honorable Mentions. Unten am Rollfeld, der, der Kurzfilm von Chris Marker, auf den, ähm, Twelve Monkeys basiert. Von, weiß ich nicht genau. Wer war, ach so, ähm, hier, äh, Twelve Monkeys, wer hat Twelve Monkeys gemacht? Ich habe den Namen gerade nicht. Terry Gilliam. Terry Gilliam. Meine Güte. Klo ist in seinen Recherchen versunken. Ja, toller Film. Also, La Jeté, großartig. Ein unglaublich toller Film, der nur mit Fotos funktioniert. Ja. Aber auf ganz großartiger Weise. Chris Marker, Nouvelle Vague. Ja. Wir kommen immer wieder auf die Nouvelle Vague zurück. Stimmt, ja. Eui, eui, eui. Mein Platz drei. Dein Platz drei. Ähm, aus dem Jahr 1987 von Alan Parker, Angel Heart. Und das ist so ein unbekannter Film, dass ich den jetzt tatsächlich nicht spoilern will. Oh, okay. Und er hat auch so ein Magengrubenende. Und das ist eine Mischung aus klassischem Detektiv-Nor. Mhm. Und Mystery-Thriller mit leichtem Horror-Einschlag. Mit Mickey Rourke als, äh, ermittelnder Detektiv. Mhm. Und Robert De Niro als der, der ihn beauftragt. Okay. Und sowohl was die Person des, des, ähm, Ermittelnden betrifft, als auch die Person des Auftraggebers gibt es zwei fette Überraschungen. Okay. Die die ganze Geschichte nochmal so um 180 Grad drehen und daraus wirklich einen düsteren Horror-Plot zaubern. Toller Film. Ist es nicht schon ein Spoiler zu sagen, dass es einen Plot-Twist geben wird? Nicht, nicht in unserer Filmwelt, wo alles voll ist mit Plot-Twists, alles komplett verseucht. Okay. Na gut, ich bin gespannt. Äh, den würde ich nämlich dann schon mal gucken, weil die, die Besetzung klingt jetzt sehr gut. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob so ein Film für dich ist. Hm, na gut. Mein Platz drei wäre jetzt einfach, weil es, äh, da reingeht, es muss einfach sein, The Empire Strikes Back. Star Wars. Das kann man spoilern. Der, der Plot-Twist schlechthin. Der Plot-Twist des Blockbuster-Kinos. I'm your father. Und es heißt nicht, Luke, ich bin dein Vater, sondern es heißt, no, I'm your father. Ja. Und, und, ähm, ich kann ihn nicht aufnehmen, weil er mich nicht überrascht hat, weil ich als Kind wusste, dass das so ist. Oh nein. Als ich es gesehen habe, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Aber ich habe ja auch Spaceballs gesehen, bevor ich den Star Wars gesehen habe, den ersten. Das habe ich auch. Aber das hat mich nicht gespoilert oder sowas. Nee, mich hat so das Drumherum, der ganze Kontext gespoilert. Ich glaube, meine Eltern waren schuld. Die es dann einfach so gesagt haben, mal dazwischen. Oh. Ich glaube, ich habe die auch in komischer Reihenfolge gesehen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich zuerst den ersten Star Wars gesehen, dann den dritten und dann den zweiten. Okay. Nee. Nee, ich habe den irgendwann mal mit meinem Onkel als Kind in Rostock, als wir nichts Besseres zu tun hatten, weil wir zu Besuch waren und alles, wenn man zu Besuch ist und man nicht so richtig weiß, was man machen will, guckt man halt irgendwie sowas. Und das hat er uns gezeigt und ich fand die ganz großartig. Und ich war von dem Plottwist wirklich, wirklich, boah, ist auch ein super Plottwist. Vor allem haut es dich so aus den Socken, weil du nicht damit rechnest in diesem Setup, wo Gut und Böse so klar definiert sind. Genau. Und dann plötzlich kommt ein Verschwimmtes. Plötzlich weißt du nicht mehr, hä, was, wie, wo. Ja. Das ist wirklich toll. Ja, großartig. Mein Platz zwei. Mhm. Planet der Affen aus dem Jahr 1968. Ihr Wahnsinnigen, ihr habt die Erde kaputt gemacht, wie konntet ihr nur? Ja, ich glaube, ein Plottwist, der den meisten, selbst denen, die den für nicht gesehen haben, bekannt sein dürfte, Charlton Heston landet als Astronaut auf einem Planeten, in dem die Affen das Sagen haben und die Menschen wie Tiere in Käffigen gehalten werden. Und der große Twist ist dann am Ende, dass er in den Sonnenuntergang reitet. Mhm. Und dann kommt er am Strand plötzlich an der halb versunkenen Freiheitsstatue vorbei, die da im Sand steht und stellt fest, dass er die ganze Zeit auf der Erde war, in der Zukunft gelandet ist. Und die Menschen einfach die Erde zugrunde gerichtet haben und deswegen die Affen in der Evolution aufgestiegen sind und die Menschen abgestiegen sind. Ja. Und er verflucht die Menschen, die die Erde zerstört haben und damit endet dann der Film. Tatsächlich ist das Bild der Freiheitsstatue im Vordergrund und er im Hintergrund, wie er auf dem Boden liegt und total verzweifelt ist, ist es das letzte Bild dieses, wirklich das letzte Bild dieses Films. Ganz toll. Wow. Ich hab den Film nie gesehen. Nein. Ich hab Planeta Affen nie gesehen. Oh, der gehört auf jeden Fall auf die 1001-Liste. Wirklich, ja? Ja. Vielleicht nehm ich den fürs nächste Mal. Mal schauen. Also ich fand halt die Vorstellung, da einen Haufen Affen zu sehen, immer sehr albern. Und da hab ich gedacht, nee, hä? Das ist gut gemacht. Ja? Mit den Kostümen, ja. Ich find's überzeugend. Das ist natürlich was anderes als bei den neuen Planeta Affen-Filmen. Ja. Der Film hat ja quasi mittlerweile zwei Remakes gekriegt und zahllose Fortsetzungen. Ja. Und bei den neuen haben sie es einmal so, haben sie die Affen sehr affig inszeniert. Das war der Tim Burton-Film. Ah. Wo die sich wirklich sehr wie Affen bewegen. Mhm. Und noch krasser ist es eigentlich bei dem danach, wo sie ja wirklich einfach die Affen nehmen und dann so die Entwicklung zeigen, wie die Affen langsam menschlicher werden. Mhm. Okay. Und er macht's halt mit Kostümen. Und er steckt halt Schauspieler in Kostüme und das sieht man schon. Aber es funktioniert erstaunlich gut, vor allem, weil er einfach wirklich pointiert Gesellschaftskritik damit abliefern kann. Weil die Menschen eben die sind, die im Zoo gehalten werden und die wie Tiere behandelt werden. Und die Affen sehen sich selbst als die Kultivierten und können sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie und die Menschen gleiche Vorfahren haben. Im Prinzip so ein Diskurs, den wir auch hatten und teilweise leider auch noch haben. Also wir haben einfach mal die evolutionsleugnenden Affen, die total schockiert sind, als plötzlich ein Mensch anfängt zu reden. Okay. Super Film. Wirklich. Immer noch ganz oben in meiner Liste. Okay. Na gut. Platz zwei bei mir wäre... Knives Out. Ah, ja. Sehr neu. Wirklich neu. Oh, den darf man nicht spoilern, oder? Netflix. Ich weiß nicht genau. Das ist kein Netflix-Film, das ist ein Kinofilm. Also läuft mittlerweile auf Netflix. Ja, genau, läuft auf Netflix. Das ist ein Kinofilm. Darf man den spoilern? Ich find's super. Das ist ganz toll. Also endlich mal wieder so ein, wie so ein Krimi, Agatha Christie, wir alle sitzen in einem Haus und irgendwie fragt sich, wer war's, wer hat was, wie, wann gemacht, weswegen und warum. Und das ist auf eine so tolle, ich weiß nicht, so lustvoll inszeniert. Da hat jemand sehr viel Spaß an klassischer Mörder-Mystery-Unterhaltung. Wahnsinn. Und dann Daniel Craig, also fast so die Karikatur von so einem ermittelnden Detektiv, der vorgibt, immer alles zu wissen, der aber ganz lange auch im Dunkeln tappt. Ja. Und der auch wirklich sehr würdevoll dadurch, also sehr gebemüht würdevoll dadurch läuft und irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich find's ganz, ganz toll, weil man auch viel miträtselt und der Plottwist am Ende ist wirklich toll. Und das Schöne ist ja, es gibt ja am Anfang, so nach dem ersten Drittel gibt's so einen Plottwist und dann denkt man die ganze Zeit, da muss doch noch was kommen, Kahn, da muss doch noch was kommen. Und dann irgendwann hat man sich fast schon damit abgefunden, dass nichts mehr kommt und dann kommt doch nochmal was. Und dann kommt doch was, ja. Das ist schön. Weil wir wissen sehr früh, wer der vermeintliche Mörder beziehungsweise die vermeintliche Mörderin ist. Und weil es auch ganz straightforward erzählt wird dann. Und dann hast du, irgendwann merkst du dann, huch, da ist doch noch was. Doch noch was. Sehr schöner Film. Sehr, sehr schöner Film, ja. Ganz toll. Platz 1, Memento. Ah, ja. Großartiges Ende, wo der Protagonist sich die ganze Zeit fragt, wer verarscht mich hier? Ja. Und am Schluss kommt raus, er hat sich selbst verarscht. Ja. Memento, eigentlich auch ziemlich berühmt von Chris Nolan, einer der frühsten Filme von Chris Nolan, ich glaube sein zweiter Film. Ja. Der Protagonist hat eine Amnesie, die das Kurzzeitgedächtnis betrifft. Deswegen kann er sich immer nur so an die letzten zwei, drei Minuten erinnern. Und der Film setzt das ganz gekonnt so um, indem er uns die Geschichte rückwärts erleben lässt. Das heißt, er zeigt immer diese zwei, drei Minuten Segmente und schneidet dann zu dem zwei, drei Minuten Segment davor. Auch tatsächlich in der Story begründet mit der Aussage des Protagonisten, ich weiß, was ich als nächstes tun werde vielleicht, aber ich weiß nicht, was ich getan habe. Und so sehen wir halt auch den Film. Wir wissen immer, was er tun wird, aber wir wissen nie, was er getan hat. Und er jagt den Mörder seiner Frau und die Person, die dafür verantwortlich ist, dass er eben diesen Gedächtnisverlust hat. Ja. Und am Ende erfahren wir, also wir wissen die ganze Zeit, er wird irgendwie reingelegt und irgendjemand will ihn dazu bringen, den Falschen zu ermorden. Und am Ende erfahren wir, er ist es selbst, der sich dazu bringt, den Falschen zu ermorden, indem er sich falsche Fährten legt, weil er will einen korrupten Polizisten umbringen, der ihn wiederum die ganze Zeit dazu bringt, andere Leute umzubringen. Es ist sehr konvolutet, also es ist ein durchaus komplizierter Film auch. Aber sehr schön, also ich mochte den Film damals sehr. Ich habe ihn ewig nicht gesehen, ich glaube damals, als er rauskam oder sowas mal einmal und dann, oder wann kam der raus, weiß ich nicht genau. Ja, auch diese Zeit, die Zeit der Plot-Twists, Anfang 2000er oder Ende 90er. Ja, genau. Fand ihn ganz toll und habe ihn aber dann nicht nochmal gesehen. Ich glaube, ich wäre echt nur einmal. Das ist auch so ein Rewatch-Kandidat. Ja. Okay, sehenswert, sehr sehenswert. Mein Platz 1, hast du jetzt den Platz 1 schon genannt? Ja. Mein Platz 1 ist The Prestige. Ja, nochmal 9, 9 hat es drauf. Ja, 9 kriegt das irgendwie hin. Toll. Zauberer. Zwei Zauberer, die irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen, die so einen ganz krassen Trick haben, wo einfach Teleportation von einer Seite der Bühne auf die andere Seite in einem Tempo, das einfach schwierig ist zu machen. Und tja, Plot-Twists erklären oder nicht? Es gibt zwei Plot-Twists, weil die haben natürlich unterschiedliche Strategien, wie sie das machen. Ja, und das eine ist so übel, das ist so düster. Und das geht dann ja auch in die Fantasy-Richtung. Also das eine ist total, wirklich einfach nur schön erklärt. Ja. Der eine, also ich erzähl's einfach, weil's 2006 kommen, was soll's. Dieser Trick wird einfach, der eine, der ihn original macht, der irgendwie auch damit anscheinend zufriedener zu sein scheint und damit sehr viel mehr im Reinen ist, ist einfach ein Zwilling. Ja. Der hat einfach einen Zwilling, der auf der anderen Seite der Bühne dann auch durch die Tür kommt. Aber so total dedicated, ne? Irgendwann verliert er einen Finger, dann muss er dem Zwilling auch den Finger abhauen, damit sie gleich aussehen. Ja. Und der verrät's auch niemandem. Ja. Dieser Zwillingsbruder ist quasi ein, existiert nicht, selbst seine Frau weiß nichts davon und manchmal ist der Zwillingsbruder auch bei seiner Frau. Ja. Und sie sagt so, manchmal sagst du, ich liebe dich und ich glaube, ich glaube dir nicht. Hm. Oh Mann. Und der andere, der im Konkurrenztream steht, der ist halt total, ist so ein irrer Typ, der dann Zwillinge von sich, also so Klone von sich herstellt. Ja. Und die dann aber jedes Mal sterben müssen, wenn der Trick passiert ist, wenn ich das richtig erinnere. Und er hat Unterstützung von Nikola Tesla, der so eine Maschine gebaut hat. Er versteht halt einfach nicht, dass sein Konkurrent da so gut kann und will das dann auch hinkriegen. Dann geht er zu Nikola Tesla, weil er dann Hinweis gekriegt hat, dass sein Konkurrent bei dem war. Aber das sind nur falsche Fährten, die der Konkurrent gelegt hat. Ja. Aber Nikola Tesla schafft es dann tatsächlich, eine Maschine zu bauen, die ihn klont. Aber das wirklich Grausame ist, nicht seine Klone werden dann umgebracht, sondern er wird immer umgebracht. Er steht auf der Bühne. Ach so. Und er lässt den Klon im Theater ganz weit hinten in den Publikumsrängen erscheinen. Und er selbst fällt durch eine Klappe und fällt ins Wasser und stirbt dann. Ja. Und darüber wird auch kurz in dem Film dann philosophiert, was eigentlich mit ihm ist. Ist er das? Er ist ja nicht mehr. Weil er erinnert sich natürlich immer, dass der Trick funktioniert hat und er dann wieder da stand, weil er sich nicht als die Person erinnert, die gestorben ist. Ja. Weil der Klon ist halt innerhalb von einer Sekunde entstanden und hat dann auch genau dieselben Erinnerungen. Wow. Also das ist ziemlich düster. Und er sagt auch irgendwann mal, er hat bei diesem Trick dann immer gehofft, dass er im Zuschauerraum steht, wenn der Trick vorbei ist. Und das hat er immer. Ja. In seiner Erinnerung, weil er halt immer die Erinnerung des Überlebenden ist. Ja. Und Leichen pflastern seinen Weg. Wahnsinn. Großartiger Film. Hugh Jackman ist der Wahnsinnige. Christian Bale ist der mit dem Zwillingsbruder. Wahnsinn. Toller Film. Ja. Dann wären wir durch mit unserer Top 3. Ja. Und haben auch schon unser Fazit für das Ding. Ja, wir können einfach ganz sanft jetzt unsere Musik, unsere Zwischenmelodie einblenden. Einmal die Title Cut zeigen, wie wir beide zu sehen sind. So skizziert, wie wir vor dem Mikrofon sitzen. Und dann steht da Hustlers. Und wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Viel Spaß mit dem Ding. Und schaut euch, bevor wir jetzt Hustlers besprechen, guckt euch den an. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe vorhin ganz vergessen, als ich das Geburtstagsständchen für dich gesungen habe. Ja. Zwei kleine Anekdoten dazu. Hast du gerade gesungen gesagt? Oh, Flora, das tut mir leid. Jetzt war ich fies. Nein, es war ganz toll, Flora. Ich habe die ganze Zeit auch geübt. Nein, es war sehr schön. Vom Spiegel. Es war wirklich sehr schön. Ich habe extra Gesangsunterricht genommen. Ich muss dazu sagen, dass wir früher, als wir auch dieses Konzept, was wir jetzt beim Podcast fahren, schon früher mit unseren anderen Freunden, mit Maya und mit Katrin und sowas gefahren haben, dass wir uns gegenseitig Filme gezeigt haben. Wir haben auch Karaoke gesungen zusammen. Und es gab eben diese Karaoke-Maschine, die sagen konnte, wie nah man am Original war. Singstar auf der Playstation. Das waren keine glorreichen Momente von mir. Und Flora hat immer die schlimmsten Töne daneben gefunden, die es so gab. Ich habe Singstar gesprengt. Ich bin der Einzige, der es schafft, bei Singstar einen negativen Score zu erreichen. Aber es war wirklich ganz toll trotzdem. Ja, es war eine schöne Zeit. Wir müssten mal wieder Singstar spielen. Oh Mann, ja, eigentlich schon. Okay. Genug Nostalgie. Ja. Genau, zwei Anekdoten zum Geburtstagsständchen. Ja. Es gibt ganz tolle Memes im Internet, wie man schaut, wenn einem Happy Birthday gesungen wird. Ach du Scheiße. Und so der O-Ton ist ein angestrengtes, eingefrorenes Grinsen. Ja. Also googelt einfach mal so Meme und My Face when someone sings Happy Birthday for me. Oh Gott. Und dann gibt es ein ganz tolles Stück von Trevor Noor, findet man auf YouTube. So, er hat ja immer mal wieder so diese Zwischenstücke, wo er mit dem Publikum redet. Oh ja. Und da erzählt er von Happy Birthday und erzählt, dass er als kleines Kind ein anderes Happy Birthday gelernt hat, so ein total fröhliches Abbeat und er hat das immer gesungen, ganz fröhlich und dann war er im Kindergarten und dann haben sie gesagt, so jetzt singen wir Happy Birthday und dann hat er angefangen, Happy Birthday to you, yeah. Und dann meinten die Erzieher oder Erzieherinnen wohl so zu ihm, nein, 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 das ist komplett falsch, so kannst du das nicht singen, das Glied geht so, Leute, zeig die mir mal, wie das geht. Und dann haben die das gesungen und er meinte, das war total schrecklich und schockierend für mich, wie kann das ein Geburtstagslied sein? Das ist ein Trauerlied. Ja. Stellt euch mal irgendeinen anderen Text dazu vor. Happy Birthday to you. Das ist wie ein Beerdigungslied und dann wird noch ein Kuchen reingefahren und die Kerzen werden ausgeschlagen. Das steht für Tod. Ja. Für Trauer und für Verlust. Ja, okay. Nein, aber du hast es wirklich nicht als Trauerlied gesungen, das musst du dann sagen. So schief will kein Trauerlied gesungen werden. In diesem Moment steht der oder die Gestorben aus dem Grab auf und sagt, nein, nicht bei meiner Beerdigung. Nein, aber ich war tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen überrascht, dass ich das Lied, mit A, ich hab's erkannt. Okay, komm, jetzt aber. Nein. Es hat da einen Text. Ja, stimmt. Nein, es war wirklich nicht schlecht, Bloor. Ich finde, du hast dich über die Jahre jetzt ein bisschen, vielleicht hat es mit deinem Kind zu tun? Ja, wobei ich dem auch nicht so wirklich viel, also mittlerweile nicht mehr. Als er ganz klein war, hab ich ihm zum Einschlafen Losing My Religion vorgesungen. Du hast ihm Losing My Religion vorgesungen? Und Nietzsche vorgelesen. Okay. Naja, wenn ich schon Schlaflieder singe für ein Baby, das sowieso keine Ahnung von Musik hat, dann soll es wenigstens was Gutes sein. Okay. Und nicht morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Oh Gott, das ist so hart. So Gott will, wirst du wieder geweckt. Oh mein Gott. Gut. Kommen wir zu unserem zweiten Film für heute. Einem sehr aktuellen Film, der aber auch im kleinen kriminellen Milieu spielt. Der auch im kleinen oder großkriminellen eher, weiß ich nicht, naja. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Plur, führ uns doch mal in den Film ein. Hustlers von Lorene Scafaria aus dem Jahr 2019 basiert auf einer Reportage des New York Magazines von Jessica Pressler. Erzählt wird die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte von einer Gruppe Stripperinnen, die nach der Finanzkrise 2007 mit dem Niedergang ihres Business konfrontiert werden und sich kreative Wege zur Geldbeschaffung ausdenken müssen. Kreativ heißt in diesem Fall vor allem illegal. Die Frauen betäuben ihre Stammkunden mit einem Mix aus Getamin und MDMA, locken diese in ein Separé ihres Clubs und bringen anschließend deren Kreditkarten zum Glühen. Sowohl sie als auch der Club profitieren davon, während die Opfer, die lüsternden und gierigen Banker, zumindest wenn man dem höchst subjektiven Blick der Erzählerin folgt, es nicht anders verdient haben. Ist Hustlers also nicht mehr als eine Krimi-Komödie über einen ebenso durchdachten wie gehässigen Massenbetrug? Rechtfertigt und verharmlost er das kriminelle Verhalten seiner Protagonistin sogar? Oder geht es doch um mehr? Um Freundschaft, Fürsorge, das Überleben am Rand der Gesellschaft, die Rache an einer arroganten, selbstsüchtigen, von Männern dominierten Brokerwelt? Deine Gedanken, Johannes. Du hast doch jetzt schon beantwortet. Nein, ganz viele Fragezeichen, ganz viele, ganz viele, überhaupt nicht suggestive oder rhetorische Fragen. Nein. Ja, der Film verharmlost mir fast zu wenig, was sie machen. Es ist ein Film, der, also um das gleich am Anfang einmal vorauszuschicken, bei The Sting jetzt bin ich sofort bei den Protagonisten, weil ich die Antagonisten sowieso nicht mag. Ja. Ich bin bei diesem Film auch nicht unbedingt bei den Bankern, finde aber auch nicht unbedingt, dass sie es verdient haben. Ja. Weil das ist schon ziemlich hart, was sie da abziehen. Ja. Es ist definitiv. Es ist wirklich ziemlich hart und ich finde, ich bin sehr hin und her gerissen, weil der Film sehr viel Respekt dafür verdient, dass sie es nicht verharmlosen, also dass sie nicht sagen, zu sehr sagen, hier guck mal, die haben es sowieso verdient. Und das tut er nämlich nicht, um mal eine Frau zu zitieren, die damit sehr viel zu tun hatte, die Regisseurin, um genau zu sehen. Die sagte, ich habe kein direktes Zitat, fällt mir dabei auf. Sie meinte, es sei nicht nötig gewesen, den Menschen, die da den Männern, die da an der Wall Street arbeiten, die sie über den Tisch ziehen, auch noch mehr so darzustellen, dass sie es verdient hätten. Weil Banker dieser Welt sowieso schon genug Scheiße angetan haben. Ich bin da voll bei ihr, aber ich habe den Film über zu viel Schmerzen beim Gucken manchmal. Zu viel Schmerzen, warum? Weil das einfach echt hart ist, was sie da machen. Ja, das ist hart, das ist auf jeden Fall brutal. Du meinst, sie hätten es weniger brutal inszenieren sollen, weil es war ja so brutal. Also die Geschichte, auf der das basiert, ist ja tatsächlich so brutal. Es wurde an die Regisseurin herangetragen von der Produktion, sie sollen doch bitte versuchen, die Männer noch mehr so darzustellen, dass sie es verdient hätten. Also nicht weniger Gewalt, sondern mehr, ich habe es verdient. Das hat sie eben mit der gerade erwähnten Begründung abgelehnt. Ja. Was ich einen guten, spannenden Gedanken für den Film finde, aber mir Schwierigkeiten macht, den Protagonistinnen zu folgen. Das ist genau, das wäre die Frage, die ich gleich angeschlossen hätte. Das heißt, Sympathien für die Protagonistinnen zu entwickeln. Ja. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde, der Film macht einen ganz guten Job dabei, Sympathien für die Protagonistinnen außerhalb ihres Schemes zu entwickeln. Ja, das ja. Weil er zeigt halt tatsächlich seine Protagonistinnen eben nicht nur in dieser Rolle als Stripperin und Ganovin, sondern er gibt denen wirklich für eine Krimi-Komödie sehr viel Menschlichkeit mit. Er zeigt sie in ihren Rollen als Mütter. Zum Beispiel unsere, also wir haben hier zwei Hauptprotagonistinnen, das ist einmal Destiny, das ist die Junge, die als Stripperin am Anfang 2007, als der Film anfängt, nicht so viel Erfolg hat und dann von Ramona, das ist die zweite Protagonistin, der älteren, erfahrenen Stripperin unter die Fittiche genommen wird und von ihr so ein bisschen lernt, wie sie, wie sie wirklich Geld machen kann in den Clubs. Ja. Und sowohl Destiny als auch Ramona kriegen halt sehr viel nebenbei, was sie machen. Ramona ist eine Mutter, eine Alleinerziehende, die sich um ihr Kind kümmert. Destiny kümmert sich um ihre Mutter, die älter ist und macht es auch, um Geld für sie zu haben. Destiny will nebenbei auch sich weiterbilden, macht ihren Schulabschluss tatsächlich. Und sie werden auch nie als so herzlose Betrügerinnen gezeigt, die einfach die anderen übers Ohr hauen, sondern was nebenbei erzählt wird, ist ja wirklich eine tiefe Freundschaft zwischen Destiny und Ramona. Aber sie sind zwischendurch schon sehr, also schon sehr herzlos und einfach drauflos. Die geht geschäftsmäßig durch die ganzen Kontakte, die sie hat. Ja. Also die Geschäftsmäßigkeit, mit der sie dann sind, sind sie gnadenlos. Das ist wirklich hart. Definitiv, da sind sie richtig hart. Und es gibt ja auch diese eine Szene, es gibt einen, ein Opfer von ihnen, das tatsächlich als Opfer inszeniert wird, der nochmal bei ihr anruft und sagt, ich sitze hier auf Schulden, ich kann mein Haus nicht bezahlen, ich habe so viel Geld verloren. Und der wirklich verzweifelt ist und zu dem Destiny auch nochmal so retrospektiv sagt, den fand ich eigentlich ganz nett und es hat mir auch leid getan. Und das bringt dann das ins Rollen, dass sie entdeckt werden, weil sie sich dann am Telefon tatsächlich entschuldigt, was sie sonst halt nicht machen. Sonst sagen sie halt zu den Typen meistens, ey, du hattest die Nacht deines Lebens und du erinnerst dich einfach nicht daran. Du warst einfach so voll zugeballert. Was offensichtlich tatsächlich funktioniert, weil sie haben, also auch wenn man die Geschichte von New York Magazine nebenbei liest, sie hatten tatsächlich Stammkunden. Sie hatten Leute, die haben sich über den Tisch ziehen lassen und sind wiedergekommen und haben sich ein paar Wochen später wieder über den Tisch ziehen lassen, einfach weil sie die Illusion hatten von der Nacht der Nächte. So, wow, ich habe so hart gefeiert mit Prostituierten, ich habe so viel Geld ausgegeben und kann mich an nichts erinnern. Das muss geil gewesen sein, das muss ich wiederholen, was nicht sonderlich für die Intelligenz unserer Geschlechtspartner spricht. Überhaupt nicht. Ich habe für ganz wenige Leute in dieser Geschichte irgendwie Sympathien übrig. Natürlich auch nicht für die Männer, aber eben auch für die Frauen ganz wenig in ihrem Scheme. Aber was du richtig sagst, innerhalb ihrer privaten Geschichte schon, natürlich, klar. Ich will, dass die überleben. Ich will, dass die aus ihren Löchern rauskommen, teilweise in die sie fallen. Aber sobald sie auf großem Fuß leben, denke ich, Alter, raus da. Ja. Ich finde es tatsächlich, ich finde es spannend. Also ich finde, der Film trägt die ganze Zeit so eine gewisse Ambivalenz mit, die es auch nicht so leicht macht. Dem Film wurde auch teilweise vor allem von der konservativen Kritik vorgeworfen, dass er eben so ein Stück ist, das totale Verbrechensapologie betreibt, aus einem feministischen Standpunkt heraus. Das war, als der Film rauskam, war er eine Zeit lang, war er so das Lieblingsziel der rechten Filmsphäre, die dann halt gesagt haben, da guckt euch an, so sieht ein Woker-Film aus. Das sind die Männer, die Opfer. Die Männer werden so als die kompletten Deppen gezeigt und das wird total verharmlost. Naja gut, okay, das ist natürlich das falsche Horn, in das sie stoßen. Ja, macht er auch. Also er macht es meiner Meinung nach nicht. Ich finde, er schafft es. Er balanciert die ganze Zeit da drumherum und er zeigt sie, auch wenn sie wirklich, wenn sie da voll drin stecken und wirklich kriminell handeln. Wie gesagt, während sie kriminell handeln, hat das wenig Sympathisches. Ich meine, sie geben den Leuten quasi K.O.-Tropfen, sie machen die fertig und dann rauben sie sie aus. Also es ist nichts anderes, was sie da machen. Aber trotzdem, wie sie miteinander umgehen, sehe ich da ganz oft so Momente, wo sie halt einfach aufeinander aufpassen, wo sie füreinander da sind und immer so ein Stück Menschlichkeit füreinander, gegeneinander bewahren. Selbst, also auch dieser Moment, als dann schließlich am Ende, wenn Destiny zu Ramona sagt, ich habe bei der Polizei, ich habe mit der Polizei jetzt einen Deal gemacht. Da ist Ramona sichtlich enttäuscht und auch frustriert. Aber es zieht nicht so ein Hass- und Rache-Ding nach, sondern es bleibt auf dieser menschlichen Ebene. Das stimmt, ist gut. Und das, finde ich, gelingt dem Film wirklich gut, dieses einerseits, andererseits zu erzählen. Eben, wir haben hier Menschen und wir haben hier Menschen, die es schwer haben im Leben und die halt irgendwie versuchen zu überleben und um die Runden zu kommen und die daraus eine gewisse Gier entwickeln und immer mehr wollen und immer mehr machen und definitiv zu weit gehen und auch kriminell werden. Aber es sind trotzdem noch Menschen, die machen halt auch andere Dinge. Sie kümmert sich um ihre Tochter. Sie hat Probleme mit ihrem Freund, weil der nicht ertragen kann, dass sie Stripperin ist. So diese ganz kleinen Dinge. Und das halte ich dem Film sehr zugute, dass er das schafft, sich diese Ambivalenz zu bewahren. Weil ich finde, das ist wirklich schwer. Wenn ich zum Beispiel, wenn man als Vergleich dagegen hält, Wolf of Wall Street von Martin Scorsese, der auch ein guter Film ist und der ja diese Broker-Welt auch gezeigt hat und diese Betrüger, die männlichen Betrüger, die Millionen machen. Da war deutlich weniger Menschlichkeit drin und deutlich weniger Freundschaft zueinander, Fürsorge, aufeinander aufpassen und so weiter. Da ging es wirklich nur um die Habgier und nur um das Feiern und um die Party bis zum Schluss. Dieser Film wurde ja auch Martin Scorsese angeboten, ne? Ja, er hätte den auch machen können, glaube ich. Aber ich bin ganz, ganz froh, dass er in der Hand von einer Regisseurin gelandet ist. Ja, ich auch. Und ich finde, diese Ambivalenz, die trägt er auch in der Inszenierung. Wir haben diese Schnitte zwischen dem Interview von der Reporterin mit Destiny zur Party. Julia Stiles. Julia Stiles. Ich saß da und dachte, oh mein Gott, Julia Stiles. Julia Stiles. Zehn Dinge, die ich an dir hasse, Julia Stiles. Ja. Born Identity Julia Stiles. Julia Stiles, die nicht so eine große Rolle hat in diesem Film, aber die mit sehr viel Ernsthaftigkeit und sehr viel Ratio ausfüllt. Ich liebe sie. Sie ist super. Sie ist toll. Und es gibt dann diese Momente, wo wir halt wirklich wild party, hemmungslos und dann so ein harter Schnitt in das Wohnzimmer von Destiny, wie sie der Reporterin gegenüber sitzt und versucht sich irgendwie zu rechtfertigen und sagt so, okay, das klingt jetzt vielleicht alles ganz falsch, aber guck dir das nochmal, versucht mich zu verstehen und was da passiert ist. Und das, finde ich, gelingt dem Film wirklich gut. Ambivalenz ist was, was der Film definitiv auf seiner Habenseite hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher das kommt, dass ich ihm, dass ich dem Film nicht so richtig die Ambivalenz sofort abkaufe, den Willen zur Ambivalenz abkaufe. So, ich glaube, es liegt daran, dass der erste Teil des Films doch sehr Hollywood-Party-Film ist. Ja, auch der zweite Teil, er ergötzt sich total an dieser Party- und Klemmer-Stimmung. Es gibt dann ja auch diese Szene, wo sie sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, Bitches, Ascher ist hier. Und dann kommt Ascher, der sich tatsächlich selbst spielt in den Club. Und der Film springt quasi vom Jahr 2007 so über das Jahr 2017 in die Zukunft hinein. Und das ist so die letzte große Party-Nacht, das ist im Jahr 2017, kurz bevor es zum Crash kommt. Und dann ist halt Ascher in dem Club und wirft mit Geld und sie tanzen alle und sie freuen sich alle. Und der Film ergötzt sich total an dem Klemmer, auch wenn sie sich teure Handtaschen kaufen und schicke Kleider und dann das so feiern. Es gibt aber für mich immer genug Momente dazwischen, die das aufbrechen. Zum Beispiel, wenn eine Tänzerin in der Garderobe heulend sitzt, weil sie ihre Periode hat und nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und dann kommt Destiny und sagt einmal, hey, guck mal, hier, Tampon, ich schneide jetzt nicht nur ab, stoffe sie rein, muss sie halt nachher wieder rausfummeln, aber so merkt kein Typ, dass du deine Periode hast. Aber es war nicht Destiny, oder? Es war Ramona, genau. Und es gibt dieses Glitzern und der Film läuft auch immer so ein bisschen Gefahr, dieser Glitzerwelt zu erliegen. Und das cool zu finden, diesen Konsum und dieses Konsumgeile. Aber es wird meiner Meinung nach ausgeglichen dadurch, dass die Frauen, die hier gezeigt werden, die hier porträtiert werden, eben auch andere Sachen machen. Ja, also das ist schon richtig, dass er auch auf der anderen Seite der Waagschale ein bisschen was zu bieten hat. Aber für mich hängt er tatsächlich ein bisschen zu sehr in diesem Kapitalismus-Glamour-Macht-Ding. Ja. Ich glaube, da bin ich ein kleines bisschen auf der Seite der Leute, die sagen, das verherrlicht das ein kleines bisschen zu sehr. Ja. Also mir ist es ein kleines bisschen zu viel. Ja. Aber es kann auch sein, auf der anderen Seite natürlich, dass du damit Leute erreichst, die normalerweise Filme nicht gucken, die dich so tief ziehen in gesellschaftliche Probleme und in so Milieusachen. Ja. Weil eigentlich der Film so viele Partymomente hat, dass du vielleicht Leute erreichst, die einfach gerne, weiß ich nicht, American Pie und so weiter gucken. Ja, er hat tatsächlich diese Partymomente. Und ich glaube, der Film ist eigentlich so angelegt, dass er diese Momente des Klemmers und des hemmungslosen Geldausgebens auch kritisch sehen will und kritisch begleiten will. Und wie viele Filme, die das machen, scheitert er daran, weil er einfach dann doch zu sehr in diesen Klammer verliebt ist. Das ist dasselbe Problem, was auch Kriegsfilme ganz oft haben. Wenn sie dezidiert als Antikriegsfilme ausgelegt sind, verlieren sie sich doch ganz oft in der Faszination am Krieg. Zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel ist für mich Soldat James Ryan. Der versucht, ein Antikriegsfilm zu sein und der am Anfang in den ersten fünf Minuten alles raushaut, was so Schrecken des Krieges ist, ohne Pathos. Ja. Und dann stolpert er doch irgendwann in diese Pathos-Falle und wird halt doch zum Helden-Epos raus und liest sich plötzlich wie eine Kriegsapologie. Ja. Oder auch ein sehr prominentes Beispiel, Starship Troopers. So ein Science-Fiction-Film, der eigentlich angelegt ist als Satire auf Faschismus, weil die alle sich so wie in der NS-Zeit bewegen und dann tragen sie auch diese SS-Mäntel und so weiter. Und er will sich ja eigentlich drüber lustig machen und sagen, guck mal, die Menschheit im Kampf gegen diese Aliens ist so total zum faschistischen System geworden. Aber irgendwie hat er dann doch Freude daran, stolzierende Soldaten zu zeigen und findet es doch geil, diese Massenszenen zu haben. Und dieses Problem hat der Film auch, dass er eigentlich was kritisieren will oder was kritisch begleiten will und dann immer und immer wieder so ein bisschen zu sehr reinrutscht in diese Faszination, liegt natürlich auch daran, dass der Film radikal subjektiv erzählt ist. Ja. Wir haben die Perspektive von Destiny, die das erzählt und zwar nur von Destiny und diese Perspektive wird nur aufgebrochen durch die Reporterin, die von Julia Stiles gespielt wird. Und ganz am Ende haben wir so ein bisschen die Perspektive von der Reporterin, die erzählt, sie war mit Ramona auch im Interview und hat dann erzählt. Aber es sind so ein paar kleine Sachen, dann auch so dieser Blick von Julia Stiles, die dann einfach nur schockiert guckt und wirklich so fassungslos ist und Destiny hat offensichtlich begeistert davon erzählt, von der Partywelt. Ja. Und in diesem Blick, in diesem Reaction-Shot merkt sowohl Destiny als auch das Publikum plötzlich, okay, vielleicht sollten wir das doch nochmal hinterfragen. Und das wird es dann ja auch, immer wenn Destiny halt versucht, sich so zu rechtfertigen und zu sagen, oh ja, okay, sie müssen verstehen, was das für eine Welt war. Und es war wirklich eine kaputte Welt, in der wir gelebt haben. Und die Männer waren totaler Arschlöcher. Und in unserer Perspektive haben es die Männer nicht anders verdient. Aber diesen Satz, diese Erzählstruktur macht er gar nicht so sehr. Ich habe das gar nicht ausführlich gehört, dass die das Gefühl hatten, dass die Leute, dass die Männer das alles verdient haben. Wenn sie mir das mehr erzählt hätte, dann wäre ich da mehr mitgegangen. Aber das hat sie gar nicht so sehr. Naja, es gibt halt so diese ein, zwei Momente, wo sie halt von den Männern erzählt, wie eklig die waren. Also sie sagt dann ja auch, es gab einfach Scheißtage und dann sieht man halt so, wie sie im Separé ist und irgend so ein Typ sie mit Geld so total herablassend bewirft. Das gibt diese wirklich schlimme Prostitutionsszene. Ja, ist richtig. Aber das ist nicht in Verbindung mit dem, was sie da macht, sondern das ist dann vorher. Das ist ja lange vorher. Nee, aber klar, das wirft so ein generelles Licht auf diesen Kundenkreis. Was sind das für Männer, die diesen Stripclub besuchen? Ja, ist richtig. Und die sind halt offensichtlich so, dass sie die Frauen wirklich nur als Objekte betrachten und auch herablassend behandeln. Oder es sind halt tatsächlich auch einfach teilweise Idioten, die überhaupt nichts mit sich anzufangen wissen und deswegen sowieso schon vorher, vor der Finanzkrise, tausende von Dollar für Champagner im Stripclub ausgegeben haben. Ja, und es gibt diesen tollen Moment zum Beispiel. Wir haben diese Weihnachtsparty, sie feiern zusammen und sie sind alle glücklich und Ramona sagt, wir sind jetzt eine Familie mit Geld und sie tauschen Geschenke aus, es ist wirklich harmonisch. Und dann harter Schnitt, die Musik ist vorbei und wir sehen Elisabeth, die Reporterin und sie sagt, sie haben Leute unter Drogen gesetzt. Ja. Ja, 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 das ist natürlich gut gegeneinander geschnitten. Aber der Film macht natürlich dann auch sehr pauschal jeden Besucher dieser Etablishments runter. Das stimmt tatsächlich. Was ja auch nicht besonders dezidiert ist, ne? Es ist ja auch nicht. Nee, es ist tatsächlich. Stimmt ja nicht. Also er hat eine sehr, sehr krass, eine deutliche Perspektive und das ist die Perspektive von Destiny und das ist die weibliche Perspektive. Ja. Und ich glaube, er will das auch so verkaufen. Also ich sehe gerade so, wie du drauf reagierst, dass er damit tendenziell auch eher scheitert. Er will das verkaufen, dass das ihre Perspektive ist und sie arbeitet in einer Welt und wird in einer Welt groß, die von Männern dominiert ist und in der Männer denken, dass sie die Krone der Schöpfung sind und alles machen dürfen und sich alles herausnehmen dürfen. Ja. Wenn er das ein bisschen mehr herausgearbeitet hätte, wäre ich da auch mitgegangen, ehrlich gesagt. Also, weil das ist natürlich sowieso meine Perspektive. Das ist halt dieses Millionen, auch diese Welten, in der sie sich bewegt und aus ihren Augen, die ja wirklich so oft wie Dreck behandelt wird, ist das irgendwie nachvollziehbar. Und es ist auch nachvollziehbar, dass dann irgendwann die Differenzierungen verschwimmen. Und dass es dann halt wirklich nur noch Männer als Opfer gibt. Sie behandeln im Prinzip die Männer so, wie sie vorher von den Männern behandeln wurden. Sie sehen sie halt als Cash Cow an. Ja. Ja, ja. Es ist ganz spannend, was die Subjektivität der Perspektive betrifft. Hast du den Artikel mal gelesen? Nee, ich habe ihn nicht gelesen tatsächlich. Ich werde ihn nochmal in die Show Notes hauen. Man kann sich den Artikel durchlesen. Es gibt im Archive, gibt es im Web Archive, gibt es eine archivierte Version des Artikels. Ist total lesenswert. Und der Film hält sich sehr dicht an diese Reportage, an diese Interview-Reportage. Ah, cool. Allerdings ist die Freundschaft, diese enge Freundschaft zwischen Destiny und Ramona ist ziemlich eindeutig dazu gedichtet. Oh. Zumindest, wenn man sich die Reportage durchliest, war das offensichtlich zwischen den beiden ein deutlich professionelleres Verhältnis und deutlich weniger freundschaftlich. Und ich verstehe, warum der Film das macht, weil der Film macht das natürlich, weil er die Sympathie für seine Protagonistin wecken will. Und das Zweite ist, wie den Film selbst, und das finde ich, ist, glaube ich, ganz wichtig dabei, alles, was Destiny erzählt in dem Film, genauso wie das, was sie in der Reportage erzählt, sollte man, wie sagt man, mit einer Menge Salz genießen. Weil es ist ihre Perspektive und es ist ihre Geschichte. Die Reporterin, die Jessica Pressler, hat gesagt, naja, sie hat sich wirklich lange mit dieser Destiny unterhalten und sie fand das auch plausibel, was sie gesagt hat. Und hatte dann, aber es waren immer mal wieder so kleine Lücken dazwischen, wo man gedacht hat, okay, da versucht sie was zu übertreiben oder zu untertreiben. Und dann später hat der Faktenchecker von dem Magazin angerufen bei ihr, um Details nochmal zu beklären. Und dann meinte sie, sie hat das alles erfunden. Das ist doch eine totale Räuberpistole, die ich da erzählt habe. Und das war doch gar nicht so. Also sie ist auch offensichtlich da nochmal zurückgerudert. Aha. Das heißt, wir wissen nicht, was jetzt bei Destiny erfunden ist und was nicht. Wir wissen nicht, was erfunden ist und was wirklich passiert ist. Wir wissen nicht, wie weit sie gegangen sind mit ihren Kunden. Ja. Es gab ja tatsächlich diesen Fall und es gab auch Anklagen gegen die Frauen. Ja. Und die sind alle recht glimpflich davongekommen. Ja. Und weil es gab diese Anklagen tatsächlich, weil Opfer und zwar erst mal nur ein Opfer sich bei der Polizei gemeldet hat und gesagt hat, ich wurde unter Drogen gesetzt. Und ausgeraubt in einem Stripclub. Und dann hat der Polizist gesagt. Genau. Und das ist auch tatsächlich so. Also die Jessica Pressler hat auch Polizisten, die haben gemeint, ey, diese Anrufe kriegen wir ständig, weil Leute einfach Kacke finden, dass sie so viel Geld im Stripclub ausgegeben haben. Oh. Aber der Mann hatte dann tatsächlich einen Telefonanruf, den er gemacht hatte bei Destiny. Also das stimmt auch. Das wird ja auch im Film gezeigt, wo er das halt sagt und wo er ihr verzweifelt sagt, wie seine Situation ist. Ja. Und sie sich dann entschuldigt. Und das hat er den Polizisten halt vorgespielt. Und dann haben sie es ihm geglaubt. Okay. Und dann haben sie wohl nochmal ein zweites Opfer gefunden. Ja. Und dann verschwimmt so ein bisschen, was wirklich passiert ist, weil die in der Realität in der Geschichte von der Reportage, von der Destiny, die die Geschichte erzählt, war es dann wohl so, dass sie ziemlich paranoid wurden, weil sie dachten, sie werden überwacht und es wird irgendwas, es werden ihnen potenzielle Kunden von der Polizei werden verwandt oder so zu ihnen geschickt oder die Polizei selbst kommt und spielt Kunden. Okay. Das wird im Film ja auch gezeigt. Ja. Und die Polizei hat aber selbst gesagt, wir haben sowas nie gemacht und wir hatten einfach, wir hatten Zeugen oder beziehungsweise wir sagen nichts dazu, wir können das nicht kommentieren. Und es gibt sehr viel an dieser Geschichte, wo es so, ja, also in der Reportage einfach so ein bisschen schwammig ist, was ist wirklich passiert, was ist dazu gedichtet, was ist übertrieben, was ist untertrieben. Ja. Und ich finde, der Film übersetzt das ganz gut darin, dass er eben, dass er sich selbst erzählt aus dieser subjektiven Perspektive. Ja. Dass er diese Perspektive zwar auch bricht, dann eben mit Jessica Presslers auftritt, aber ja, ich finde, er ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Geschichte subjektiv erzählen kann. Ja. Und das aber auch offensichtlich macht. Der Film ist ein Interviewfilm. Ja, 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 genau. Und die Bilder, die wir sehen, sind die Bilder, die entstehen, wenn Destiny ganz begeistert davon erzählt, wie sie gefeiert haben. Und wenn Destiny ganz begeistert davon erzählt, wie geil ihre Betrugsaktionen funktioniert haben. Ja. Und aufgebrochen wird er eben durch die Reaktion von der Reporterin, die dann kritisch nachhakt und sagt, Moment mal, ihr habt hier Menschen unter Drogen gesetzt mit MDMA und Ketamin. Das ist gefährlich. Ja. Und das war es ja auch offensichtlich. Also es war so zwei, drei Mal gibt es ja diese Situation, wo es fast schief geht, weil jemand fast drauf geht. Ja, das finde ich schon krass. Also das hat mich wirklich sehr getroffen da beim Schauen, weswegen es eben mir dann teilweise sehr schwer gefallen ist, denen da noch Sympathie zu geben. Also denen auch noch zu wünschen, dass sie irgendwas schaffen. Ja, natürlich. Es ist... Also offensichtlich, wir haben hier zwei Positionen. Ich finde, der Balanceakt ist gewagt, den sie machen. Ich finde, der Balanceakt gelingt die meiste Zeit über. Manchmal verfängt sich der Film so in seiner Begeisterung für den Klemmer. Ja, genau. Und du bist offensichtlich eher so in der Position, der Balanceakt gelingt nicht so wirklich. Also, der Film ist gut. Okay. Der Film ist wirklich gut. Aber ich habe Schwierigkeiten, die Sympathiefiguren als Sympathiefiguren über weite Strecken dann noch zu behalten. Und das macht es eben schwer, den zu gucken. Und natürlich kann ich ihn absolut gucken als Zeuge einer wahren Begebenheit. womit wir eigentlich rüber wechseln könnten. Oh, ich spüre da... Ich spüre da, was kommt. Eine Top... Eine Top-Liste? Zwei Top-Listen sogar? Oh mein Gott! Schengel. Unsere... Liste. Zwei Top-Listen? Naja, eine von mir, eine von dir. Ich bin immer irritiert, wenn ich den Schengel höre. Unsere Liste. Da denke ich immer... Listen. Listen. Ja, okay. Wir haben Based on a True Story. Ja! Und ich finde es wirklich ein schönes Thema und auch ein schwieriges Thema, weil... Ja. Ja, wie weit muss sich der Film von der Realität entfernen, um ein guter Film zu sein? Und wie nah muss er an der Realität sein, um dieses Based on a True Story bei sich tragen zu dürfen? Und ich habe die ganzen Biografien weggelassen. Lass mich kurz gucken. Weil Biografien ist... Eine Biografie habe ich dabei. Das ist ein bisschen lazy. Weil eigentlich ist ja Biografie doch was anderes als einfach nur eine Story, die... Und hast du so diese Fake-Pseudo-Based on a True Story irgendwie dabei, die das... Also nicht die es so absichtlich machen, sondern die wirklich sagen, Based on a True Story und du guckst den Film und weißt genau, ey Leute, ihr habt 2000 Sachen dazu gedichtet, das hat nichts mit dem eigentlichen Geschehen zu tun. Also Leute, die das sozusagen tatsächlich ernst meinen, das da hinzuschreiben. Nee, ich war kurz versucht, Fargo mit reinzunehmen. Aber bei Fargo ist es ja allen klar, dass das Blödsinn ist. Ja, es gibt ja halt auch... Also manchmal habe ich das Gefühl, Based on a True Story ist auch so ein bisschen ein Oscar-Garant. Und es gibt ja diese Filme, die dann sagen, hey, Based on a True Story und wir haben hier ein historisches Gewicht, das wir mit uns rumtragen. Und dann schaust du einmal zum Faktencheck und stellst fest, das ist dazu gedichtet, das ist dazu gedichtet, das ist dazu gedichtet. Ja. Habe ich alles nicht. Es gibt diese, das fällt mir jetzt gerade erst ein, diese Geschichte, kennst du das, von schwarzen Frauen? Den wollte ich unbedingt noch gucken, Hidden Figures? Nee. Verdammt. Ich weiß es leider gerade nicht. Aber dieser Film wäre jetzt in der Liste eigentlich. Ich bin bloß nicht drauf gekommen, ich komme jetzt erst drauf. 50er Jahre, schwarze Frauen, The Help. Nee, habe ich nicht gesehen. The Help sagt mir auch gerade nichts. Das war super. Okay. Okay, taucht nicht in meine Liste auf, ist jetzt Honorable Mention. The Help. Hast du noch mehr Honorable Mentions? Ich habe als Honorable Mention noch... Ja, und zwar The Two Popes. Oh, ja, den hattest du schon mal genannt, den habe ich immer noch nicht gesehen. Also, Plor. Jetzt sage ich dir einmal, einen Film, den du nicht kennst. Und dann... Okay, nein, The Two Popes, deswegen Honorable Mention, weil das Gespräch zwischen den beiden wahrscheinlich nie stattgefunden hat. Aber es ist halt so ein... Es geht ja darum, einen Papst, der sein Amt niederlegt. Das ist etwas völlig Undenkbares eigentlich. Aber der war halt gesundheitlich und so nicht... Der hat einfach noch gemerkt, dass es ganz schlecht wäre, jetzt weiterzumachen. Was ich ihm wirklich zugutehalten möchte. Und normalerweise stirbt halt ein Papst einfach und dann gibt es den nächsten. Davor ist er noch dement, komplett auf dem Stuhl sitzen und so. Und irgendwelchen Scheiß erzählen. Ja. Und die erzählen ja sowieso genug Scheiße. Also, insofern ist es schon ganz gut. Und der hat dann halt an Pope Francis, glaube ich, seinen Posten abgegeben. Es gibt ein fiktives Gespräch, was in diesem Film, also was eigentlich den Film trägt, wo die sich unterhalten über die Kirche, die Aufgabe der Kirche und was vorher war, was nachher war. Und die beiden waren sich eigentlich auch gar nicht grün. Und der Film besteht nur aus diesem Gespräch? Oder ist der drumherum was anderes? Fast nur dieses Gespräch. Krass. Fernando Merey aus dem Jahr 2019. Und zwei Stunden. Zwei Stunden Päpste, die sich unterhalten. Ja, es ist toll. Es ist wirklich toll. Okay. Also, es lohnt sich. Und dann ist Anthony Hopkins und... Oh, krass. Nee, nicht Vincent Price. Jonathan Price. Krass. Also, als Benedikt der Sechzehnte und Franziskus. Genau. Die letzten beiden Päpste quasi. Das ist unglaublich gut gemacht. Okay. Wirklich ganz toll. Und die großen Fragen. Weißt du? Ja, ich muss den mal auf die Liste packen. Ja. Lass ich sehen. Vielleicht müssen wir... Ich gebe ihn dir auf. Ja, mach das vielleicht. Dann habe ich wenigstens einen Grund, ihn zu gucken auch. Dann machen wir das. Komm, das machen wir. Sehr schön. Okay. Müssen wir nur merken uns bis zum Ende der Episode. Ich habe auch ein paar Honorable Mentions. Okay. Und los. Meine erste Honorable Mention ist Frost Nixon aus dem Jahr 2008 von Ron Howard. Das ist dieses Interview von David Frost mit Richard Nixon. Oioioi. Was ihn dann... Wo er quasi Watergate gestanden... Hab ich dir was weggenommen? Nee, nee. Aber krasses Ding, ne? Wo er Watergate gestanden hat. Ja. Und ist wie viele Filme based on True Story verkürzt und zusammengeschnitten und ein bisschen hinzugedichtet, um das pointierter zu machen. Ja. Grandioses Kammerspiel. Ja. Auch zwei Männer, die sich unterhalten und nichts anderes. Ja. Und trotzdem zwei Stunden lang und trotzdem die ganze Zeit überspannend und angespannt. Ja. Weil man einfach weiß, was für ein historisches und politisches Gewicht da drauf liegt. Ja. Toller Film. Krass, ne? Dann hab ich Serpico. Das ist auch so ein bisschen Biografie aus dem Jahr 1973 von Sidney Lumet, wo Al Pacino einen Cop spielt, der gegen die Korruption innerhalb der New Yorker Polizei kämpft und einen ziemlichen Struggle hat, weil er so als Nestbeschmutzer gilt. Oh. Grandios gespielt. Allein wegen Al Pacino, der das wirklich fantastisch spielt, sehenswert, aber natürlich ist auch Sidney Lumet ein großer Regisseur. Ja. Und ein sehr politischer Film aus den 70ern einfach, der toll Schwachstellen in der Polizei aufdeckt. Okay. Und meine letzte Honorable Mention, tut mir leid, einer hab ich noch. Ja. Jeder für sich und Gott gegen alle von Werner Herzog, der die Geschichte des Kaspar Hauser behandelt. Auch aus dem Jahr 1974 in dem Fall. Auch aus den 70ern. Aber auch sehr frei, oder? Sehr frei. Deswegen ist er auch nur Honorable Mention. Ja. Der setzt sich so zusammen aus Sagen, die sich erzählt wurden, aus Geschichten, aus Tagebucheinträgen. Und Kaspar Hauser ist ja ein großes Mysterium. Ja. Ja. Und er behandelt das allerdings auch wie ein Mysterium. Und das, was halt Werner Herzog kann, alles sehr schwammig und sehr undeutlich erzählen und immer sehr abstrakt bleiben. Und aber er schafft irgendwie diese, diese Atmosphäre, die mit dieser Figur, mit dieser Person, die offensichtlich jahrelang in einem Kellerverlies gelebt hat. Ja. Und dann plötzlich rauskommt und niemand weiß genau, wer ihn eingesperrt hat und warum. Mhm. Und diese Atmosphäre, dieses Mysterium, das um ihn herum schwebt, das schafft Werner Herzog fantastisch in Bilder zu packen. Spezieller Film, based on a true story, sehr weit gedehnt, aber definitiv sehenswert. Bei Werner Herzog habe ich immer dieses Deutsch-Englisch im Kopf, was er spricht. Sein Englisch ist so schlecht. Das ist unglaublich. Wow. Und er ist schon so lange international unterwegs und trotzdem klingt sein Englisch immer noch so wie Rheinland-Pfälz, ich ja CDU-Politiker. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum, hat er mal sowas gemacht, so wie er so Tier-Dokus der Narrator ist. Ja, er ist ganz auf der Narrator. Look at this lion. This lion ist so ein bisschen Schwarzenegger. Das klingt an Schwarzenegger jetzt. Ja, okay. Aber es ist nicht so weit weg irgendwie, so vom Gefühl. Ich finde Herzogsstimme echt anstrengend. Also die ist mir immer so ein bisschen zu, zu ruhig getragen. Nein, so schlimm ist es nicht. Also ich finde, ich liebe Werner Herzog als Richtestriger, aber als Sprecher, ich würde ihm raten, nimm jemand anderen, der deine Filme erzählt. Hast du Mandalorian gesehen? Nee. Die erste Folge habe ich gesehen. Die erste Folge habe ich gesehen. Da kommt er ja vor. Ach. Das ist Werner Herzog, der eine Händler oder was das ist. Ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Ja. Da habe ich mich gefreut. Das fand ich cool. Ja. Und die hat er auch gut gespielt. Das passte irgendwie voll zu ihm. Okay. Aber es ist halt Werner Herzog. Krass. Ja. Werner Herzog macht das nicht. Genau. Gut. Bevor du zu deinem Platz 3 kommst. Du musst deinem Platz 3 als erstes. Bevor ich zu meinem Platz 3 komme, werde ich kurz die Katze füttern. Die ganze Zeit macht er hier Krabatz. Und ich sage dir, ach nee, Moment. Modini, du lügst. Das gibt es ja wohl nicht. Du hast es schon bekommen. Längst. Das gibt es ja wohl nicht. Was soll das? Heute ist so eine Alltagsfolge, wo ihr live miterleben könnt, wie ihr uns Tee einschenken und Johannes Geschenk auspackt und die Katze sich beschwert, obwohl sie etwas zu fressen hat. Du bist heute schon, der ist heute Morgen, manchmal vergesse ich morgens, weil wir uns dann ja treffen und ich dann gleich irgendwie am Rechner sitze und noch recherchiere und so, dass ich die Katze noch morgens füttern sollte. Aber ich habe mir ein Zeichen ausgedacht, woran ich merke, dass ich schön gefüttert habe. Damit Houdini mich nicht betrügen kann. Und er lügt. Katzen sind doch notorische Lügner. Ja, muss man sagen. Genau. Genau das meine ich Houdini. Nachher. Okay, mein Platz drei, lieber Plur. Ich muss mal kurz das Ding zurück. Was wäre, das wollte ich dich unbedingt fragen und ich habe es vergessen. Was wäre der, mein Ganoven-Namen, die haben doch immer einen Zusatznamen. Johannes, blablablub, Franke. Welchen Zusatznamen würdest du mir geben? Moment, lass mich kurz überlegen. Vielleicht The Magician ist ein bisschen zu lang vielleicht. Nee, es geht schon. The Magician, aber, aber, aber ein bisschen sehr obvious. Allerdings. Äh, ja. Ich hätte einen für dich. Oh ja, sag mal. Dann hast du noch Zeit zu überlegen. Florian, The Spinster Buyer. The was? The Spinster. The Spinster? Mhm. Jetzt muss ich googeln, was das heißt. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da rausholt. Jungfer. Was? Nein. Die Jungfer? Nein. The Spinster, die alte Jungfer? Nein. Die ledige Person? Nein. S-P-I-N-S-T-E-E-R? Ja. Ähm, ist eigentlich short für Spin-Doktor. Mhm. Und zwar waren das ja, sind ja das ja ganz viel die Leute, die so Public Relations für Leute machen. Und den, den positiven Spin eines Politikers, der eigentlich negative Probleme hat. Du hast Spinster, kannst du nicht nehmen. Spinster ist Junggesellin, unverheiratetes Fräulein, älteres Fräulein, unverheiratete Frau, alte Jungfer, unverheiratete alte Frau, eine versauerte alte Jungfer. Florian, du hast halt einen doppeldeutigen Namen. Oh Gott. Okay. Aber Spinster wird wirklich benutzt als short für das. Aber ich dachte vor allem daran, weil Spin-Doktor auch bei mir in meinem Berufsfeld auch heißt, eine andere Form von Script-Doktor ist. Also man schaut sich das an, was da ist, an Script oder an Idee. Und dann wird das einmal durchs Plor-Hirn durchgewalzt. Und das sagt dann, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das besser, das besser, das anders. Okay. Nehme ich. Danke. Okay, es klingt auch obviers auf den ersten Blick, aber hat eine schöne Doppelbedeutung, Juggler. Weil du wunderbar mit Ideen jonglieren kannst. Und dann fliegen die Ideen durch die Luft und man denkt so, oh fuck, das kann doch nichts werden. Und dann hast du sie trotzdem wieder alle gefangen und sie liegen genau da, wo sie liegen sollen. Okay. Hier hast du Juggler-Franke. Gut, damit komme ich klar. Cool. Danke. So, jetzt haben wir unsere Ganoven-Namen gegenseitig erzählt. Und das gehört eigentlich in die Episode davor, äh, in den Teil davor. Aber gut. Nummer drei. Houdini, aufhören. Ah. Er knirst mit dem Geschenkpapier. Komm, ich tue das mal hier draußen hin, dann kannst du das auch knacken, wenn du sie gehst. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis arbeiten. Okay. Also, mein Platz drei wäre Saving Mr. Banks. Äh, nicht gesehen. Schade. Immer noch nicht. Plur. Disney, ne? Den solltest du doch sehen. Disney. Disney, ja. Und zwar die Geschichte, wie die Autorin von, äh, ich hab ihren Namen gerade nicht mehr parat, ähm, Travers, ähm, die Frau, die Mary Poppins geschrieben hat, damals von Disney, höchstpersönlich von dem Herrn Disney, äh, Walt Disney. P.L. Travers. P.L. Travers, äh, die Autorin, sollte den Stoff Mary Poppins verkaufen, damit der verfilmt werden kann. Es waren ja vorher Bücher. Und diese Frau war so wahnsinnig widerspenstig, was, was die Verfilmung betrifft, weil ihr die Figur Mary Poppins einfach so wahnsinnig wichtig war. Und unbedingt wollte, dass das, wenn, dann richtig umgesetzt wird und so, wie sie das möchte. Und dann haben sie ihr vorgesetzt, hier, guck mal, und dann haben wir uns Lieder ausgedacht, die sie singen und so und die, äh, tanzen und singen und dann ist sie echt auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, das geht nicht, ich hab eine ernsthafte Figur geschrieben. Die kann doch nicht hier in der Gegend rumtanzen und, und hüpfen und, die soll gefälligst Kinder unter Drogen setzen, früh ins Bett schicken und Hausarrest geben, wenn sie sich nicht benehmen. Also die Mary Poppins bei P.L. Travers ist wirklich ein bisschen härter drauf noch. Sie gibt den Kindern Morphium. Es ist wirklich krass. Ja. Dieser Film erzählt halt davon, wie sie es dann doch geschafft haben, sie davon zu überzeugen, das zu machen. Und P.L. Travers hat überlieferter Maßen dann in der Premiere gesessen und war echt nicht zufrieden. Und, ja, der Film zeigt es relativ seicht. Ich wollte gerade fragen, das ist ja ein Disney-Film, ne? Ja. Und ist es nicht so, Disney wascht sich rein, was das betrifft, so ein bisschen? Ja, ein kleines bisschen, aber sie erzählen schon auch, was das Problem war, ne? Also so ist es nicht. Sie erzählen dann aber eben, dass sie am Ende da sitzt, wir sehen ihr Gesicht, es wird nicht, kein Wort darüber verloren, aber man sieht ihr ambivalentes Gesicht. Okay, immerhin. Also ich denke, sie war weniger zufrieden, als das gespielt war am Ende von, ich habe ihren Namen gerade nicht parat, aber ganz großartige Schauspielerin. Ähm, und ist ein kleines bisschen das, was du sagst, ne? Reinwaschen von Problemen, vielleicht auch Schuld, aber ich finde es schön trotzdem, dass sie sich damit auseinandersetzen, mit der Geschichte. Ja, ja, das stimmt. Mit diesem. Interessant. Ja. Sollte ich auch mal sehen. Heute hast du viele Filme, wo ich denke, ja, 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 muss ich sehen, muss ich sehen. Ja, auch der Hintergrund, warum sie dieses Buch so und was für wichtig, was für sie so wichtig ist an dem Buch. Und zwar eben Saving Mr. Banks heißt der Film nicht umsonst, weil es nicht so sehr darum ging, den Kinder zu retten, sondern eigentlich den Familienvater zu retten. Finde ich ein ganz, ganz spannender Film. Toll. Das war, war das meine Honorable Mention? Nee, das war mein Platz 3. Mein Platz 3 aus dem Jahre 2005. Capote von Bennett Miller, der sich mit Truman Capote beschäftigt und dessen Recherchen zu dem Buch kaltblütig und wie Truman Capote quasi den Journalismus als belletristische Gattung erfindet und der ganz großartig darin ist, diese Ambivalenz des Charakters zu zeigen, der zum einen halt so dieser, dieser Lebemann aus der Stadt ist, der aber gleichzeitig versucht, wirklich auf Tuchfühlung zu gehen mit dem, mit den Leuten, über die er schreibt, das heißt mit den Opfern eines Mordanschlags und dann vor allem auch mit den beiden Mördern und zu dem einen Mörder entwickelt er fast so etwas wie eine Freundschaft, aber er nutzt ihn auch ziemlich aus, weil er will natürlich sein Buch fertig schreiben und unfassbar gut gespielt von Philip Seymour Hoffman. Der ist halt ein wirklich großartiger Schauspieler. Ja, der in diesem Film einfach zu Truman Capote wird, also meiner Meinung nach sein Best, sein Glanzstück, der hat eine Karriere voll mit großartigen Filmen und großartigen Schauspielleistungen und da hat er am besten gespielt. Wow. Super intensives, spannendes Drama, das mit seinen Protagonisten auch hart ins Gericht geht und trotzdem ihn nie unsympathisch werden lässt. Sehr starker Film. Okay. Ich habe ihn nicht gesehen bis jetzt, deswegen. Hm. Okay. Mein Platz zwei wäre dann Erin Brockovich. Krass, ja. Julia Roberts. Ja. Als kämpferische Frau, die versucht, ich glaube es geht um Wasser, diese Verschmutzung. Sie ist nicht mal Anwältin, sondern nur Anwaltsgehilfin? Nicht mal das glaube ich. Sie hat einfach sich da reingestürzt und hat von überall nur Ablehnung erhalten und hat sitzt dieses berühmte Bild, wie sie in Papierkram erstickt quasi in ihrem Haus und versucht sich durch so viel Zeug zu arbeiten und irgendwie Dreck, das die Leute am Stecken haben, zusammen zu sammeln, um das dann einmal geballt auf Schreibtische zu knallen. Genau, es geht um Kontamination von Wasser und sie ist nur Rechtsanwaltgehilfin und zusätzlich noch alleinerziehende Mutter. Ja, genau, alleinerziehende Mutter und hat da irgendwie einfach, ja, einfach großes soziales Engagement und der Sinn für Gerechtigkeit und Kampf für, ich glaube, irgendjemand ist da auch betroffen von dieser Verunreinigung. Ja, genau, und sie redet mit den Opfern und kämpft und arbeitet halt da wie wahnsinnig dran. Ja. Oh, das ist lange, wie ich den gesehen habe. Aber ich fand ihn damals ja sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich ihn heute finden würde, aber ich denke schon auch noch gut. Ja, ich glaube, das war ein ziemlich starker Film. Ja. Und er hatte auch so immer dieses tragikomische Element, ne? Der war nicht so ein reines Charakterdrama, sondern er hatte sehr viele lustige Momente, weil sie ja auch einfach eine coole Figur ist und Robert C. super spielt. Ja, ja, genau, ja. Dann Platz zwei? Mein Platz zwei ist mein obligatorischer Indie-Film, den kein Mensch kennt. American Splendor aus dem Jahr 2003. Ach, der! Eine Comic-Verfilmung. Oh, die Comic-Verfilmung, natürlich. Und zwar geht es um Harvey Pika, der hat eine Comic-Reihe gemacht mit dem Titel American Splendor. Okay. In den 70ern. Das klingt so nach einem Blur-Film. Und Robert Puccini hat sein Leben verfilmt und damit auch seine Comics, also hat seine Comics verfilmt und damit sein Leben. Und dieser Film steckt voller Selbstreferenzialität. Also wir sehen den wirklichen Harvey Pika, der dann durchs Bild läuft und sagt, und übrigens, dieser Typ spielt mich. Und zeigt dann auch Paul Giamatti, der noch gerade das Skript studiert. Geil! Und wir haben so Comic-Szenen eingeblendet und wir haben immer wieder dazwischen auch Interviews mit dem echten Harvey Pika und es ist so ein wilder Mix zwischen Realität und Fiktion und Comic-Verfilmung, die aber halt nicht wirklich Comic-Verfilmung, sondern eigentlich Biopic ist. Ganz, ganz, ganz toller, witziger Film. Paul Giamatti spielt Harvey Pika und Paul Giamatti ist sowieso ein großartiger Schauspieler und spielt in diesem Film ganz toll. Und er hat einen super Rhythmus, ein ganz großartiger Film, der irgendwie es schafft, wirklich so dokumentarisches, comichaftes, verspieltes und klassischen Spielfilmen wild durcheinander zu mischen und damit einfach voll viel Spaß macht. Ich hab die ganze Zeit noch einen anderen Comic-Film im Kopf, aber das ist der nicht. Ich hab jetzt gerade nochmal gegoogelt, aber kennst du noch so Filme, die so auf Comic und so ein, der hat auch so einen ganz geilen Soundtrack. Scheiße, Mann, wie hieß denn der? Grump, Grump. Grump. Ah, und das Witzige ist ja genau, und Grump und Pika haben auch zusammengearbeitet. Ach. Pika hat tatsächlich, ähm, oh Gott, also Grump war damals schon eine größere Nummer und sie haben sich dann kennengelernt, weil Grump, ähm, die Comics von, nee, wie war das, nee, Pika hat, hat, hat geschrieben, glaub ich nur, und Grump fand das geil und Pika hat gemeint, hey, willst du das nicht für mich zeichnen? Und Grump, ähm, nee, genau, Grump hat das gezeichnet. Grump hat die Comics gezeichnet von Pika dann. Also sie haben zusammengearbeitet. Ach so. Das war 70er Jahre, wilde Zeit. Ja. Genau. Und, äh, ja, das ist genau dasselbe Milieu und dieselbe Zeit. Geil. Ha. Ja, ähm, der Soundtrack ist großartig. Ich hab ihn gerade nochmal gefunden. 1994 gibt's einen Dokumentarfilm von Grump, stimmt. Ja. Ah, krass, ja, oh Gott, den hab ich auch gesehen, aber das ist schon so lange her. Den will ich unbedingt mal wieder gucken, der muss auf die Liste. Weil das, das war ein bisschen mehr Doku, ne? Ja, genau. Weniger Schauspieler und so, oh, Grump, cool, danke. Okay, cool, das war dein Platz drei. Ja, zwei. Zwei. Ähm, dann bin ich jetzt mit meinem Platz eins. Und zwar The King's Speech. Oh, hab ich nicht gesehen. Das ist auch ein toller Film, wirklich ein guter Film. Ich weiß, ich, also ich, ich glaub dir direkt, muss ich unbedingt gucken. So ein super, das sind so tolle Schauspiele, die das machen und, ähm, mir fallen die Namen nicht ein, du musst das jetzt gerade mal googeln für mich. Colin Firth ist ein, spielt den stotternden König. King George, den sechsten. Der muss halt irgendwie durch die Entwicklung von Radio und so weiter, muss er halt Reden halten und das fällt ihm wahnsinnig schwer und dann nicht irgendwie, und ein stotternder König, das geht ja mal gar nicht. Und das wäre vor dem Radio ja nun nicht so das große Problem gewesen, weil die müssten sich ja meistens nicht so da hinstellen und irgendwelche Reden schwingen, aber jetzt durch, durch Radio und die ganzen Anforderungen, die so ein König dann doch mitbringt, ähm, muss er sich da dem stellen und, ähm. Das war ein großer Oscar-Film, ne? Ja. Ordentlich abgeräumt. Ja, 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 ja. Ja, 2011. Bester Film, beste Regie. Ja, 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 ich weiß, ich muss den schauen. Ich weiß, der, der, der gehört sowas von auf die Liste. Der steht bestimmt in diesem 1001-Film. Garantiert, garantiert. Ja, ja. Das wäre mein Platz 1. Dein Platz 1? Mein Platz 1. Wir bleiben so ein bisschen im Indie-Bereich, aber haben wir, glaube ich, doch schon ein paar mehr gehört. Der Disaster Artist aus dem Jahr 2017, der die, ähm, Hintergründe des vermeintlich schlechtesten Films aller Zeiten, The Room, beleuchtet. Das heißt vermeintlich schlechtesten. Und er erfolgt dem Regisseur Tommy Viseau, der von James Franco gespielt wird. Sein Bruder Dave Franco spielt Craig Sestero, dessen bester Freund. Und die drehen zusammen einen Film, weil sie in Hollywood keinen Erfolg haben. Und wie der Titel schon andeutet, werden die Dreharbeiten zum kompletten Desaster. Und der Film zum absoluten Kult-Hit des schlechten Kinos. Und das hat, James Franco hat das doch auch noch nach vorne gebracht, dass das überhaupt gemacht wird, oder? Das war das so sein Anliegen. Das war sein Baby, genau. James Franco kommt ja aus dieser, dieser, ähm, Clique rund um Seth Rogen. Ja, stimmt. Die so diese wirklich teilweise echt witzigen Komödien gedreht haben. Und da gibt es einfach so eine Clique von Leuten, die coole Filme eigentlich gemacht haben immer. Und James Franco hat halt dieses Buch von Craig Sestero gelesen. Was, Craig Sestero war der Hauptdarsteller und beste Freund von Tommy Viseau. Ja. Und der hat eben das gleichnamige Buch geschrieben, wo er sich damit auseinandersetzt, äh, wie das damals war bei den Dreharbeiten. Und James Franco fand das voll lustig. Und hat auch Craig Sestero dazu gekriegt, ähm, mitzuarbeiten an dem Film, ihn zu beraten. Äh, Tommy Viseau selbst hat wohl auch zumindest ein bisschen mitgeholfen. Ja, und der hat auch bei den, der bei der Promotour und so weiter geholfen. Und Tommy Viseau geht da mittlerweile, glaube ich, so ziemlich offen. Und man weiß nie genau, wie viele, wie viel, ähm, Selbsterkenntnis da dabei ist. Es ist so schwer zu sagen. Ich habe so viele Interviews geguckt und ich bin jedes Mal, weiß der jetzt eigentlich, was da los ist? Oder ist ihm das alles irgendwie? Es ist so schwierig. Es ist so ein Phänomen. Dieser Typ ist einfach krass. Also Tommy Viseau ist eine total merkwürdige Figur. Ist der die ganze Zeit unter Drogen? Oder was ist da los? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist so. Also er hat wirklich künstlerische Visionen. Ja. Und er kann, er ist aber kein guter Künstler. Ja, das klingt halt sehr hart, aber so ist es. Ja. Und aber diese Bedingungslosigkeit, mit der er sie um, mit denen er sie umsetzen will, ist schon verdient irgendwie Respekt, auch wenn, wenn das Ergebnis wirklich schlechte Filme sind. Also The Room ist halt der schlechte Film. Ja. Er hat eigentlich nur diesen einen großen Film gespielt und sich gleich die Hauptrolle gegeben. Er kann auch nicht schauspielern. Er hat mit zwei Kameras gedreht, weil er nicht wusste, ob er digital oder analog drehen will. Deswegen hat er so ein ganz komisches Kamerareck gebaut, wo beide Kameras nebeneinander oder übereinander sind. Er hat einen riesigen Greenscreen aufgebaut, um einen Rooftop zu inszenieren. Er ist so bescheuert. Anstatt das einfach auf dem Rooftop zu drehen. Das heißt, du hast die ganze Zeit dieses Greenscreen. Und er war der festen Überzeugung, wenn er seinen Hintern nicht in die Kamera hält, dann wird der Film keinen Erfolg haben. Ja, ja. Nackter Arsch. Und er hat offensichtlich Probleme, sich auf den Text zu merken. Ja. Und dann gibt es diese eine Szene, wo er, und das zeigen sie halt bei den Dreharbeiten, wo er diesen einen, diese zwei Zeilen sagen muss. Und die ganze Zeit das immer und wieder versucht. I did not hit her. I did not. Mhm. Oh, hey, Marc. Das ist so. Das ist so, dass wir das alles mitsprechen können. Das ist ja wirklich. Und der Disaster Artist. Ja, er macht sich darüber lustig, aber er hat auch sehr viel Liebe für diese Figuren. Das stimmt, ja. Und es ist ein wirklich schöner Film, eine Tragikomödie. Es geht nicht nur um ein misslungenes Filmprojekt, sondern es geht auch ein bisschen um Freundschaft. Es geht auch ein bisschen darum, dass es verdammt schwer ist, in Hollywood Fuß zu fassen. Ja. Und dass es verdammt viele Menschen gibt, die irgendwie am Rande dieser vermeintlichen Traumfabrik vor sich hin vegetieren. You're tearing me apart, Lisa. Eine Liebeserklärung an all die Dilettanten und kleinen Möchtegern-Künstler dieser Welt. Toller Film. Ja, ja. 2017 kann man, glaube ich, auf Netflix oder Amazon gucken. Ich weiß nicht genau. Ja, der lässt sich finden. Ziemlich sicher. Das war dein Platz 1, wa? Das war mein Platz 1. Dann lass uns doch mal in unseren Film zurückgehen. Ja, wo wir gerade gesagt haben, Schauspiel. Sag mal was. Dein Take auf die Schauspielleistung. Okay. Es geht ja, das haben wir gar nicht erwähnt, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez spielt die Ramona. Spielt Ramona und ist weitgehend, also der Film ist ja auch mit 97, 87 Prozent Bestätigung bei Rotten Tomatoes oder sowas, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat er sehr viel Positiven Zuspruch bekommen. Und für ihre Schauspielleistung wurde Jennifer Lopez ganz viel gelobt und sei wohl der große, die große Schauspielleistung von Jennifer Lopez. Und als sie da am Anfang auf dem Dach sind, warum zur Hölle muss es immer ein Dach sein? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist wirklich, also diese ganzen Sachen, diese, diese, das habe ich ihm nicht verziehen, dem Film so richtig, dass er sehr viele Klischee-Dinger, Klischee-Orte rausholt und so. Aber egal. Auf jeden Fall, dieses Gespräch zwischen der Jungen und der Erfahrenen funktioniert auf dem Dach super großartig. Also da ist Jennifer Lopez wirklich genau das, was sie, das wir brauchen dafür. Und sie ist genau dieser alte Hase im Leben, wie sie ihn auch dort spielt. Und das ist ganz toll, weil das so eine Typbesetzung quasi ist. Sie ist zwar keine Stripperin, aber sie ist diejenige, die im Showgeschäft einfach weiß, was läuft und wie was läuft. Und das schafft sie ganz, ganz, ganz toll, ihre eigene Erfahrung damit reinzuhauen. Und eine gewisse Distanz in diese Figur einzubauen, die diese Figur immer den ganzen Film überträgt. Also so eine professionelle Distanz zu allem. Das Problem ist bloß, dass der Film es braucht, dass sie sich mal auf Augenhöhe unterhalten. Ja, das findest du tun sie nicht? Und ich finde, dass das Drehbuch, das schreit, aber das Spiel von Jennifer Lopez schafft das nicht. Oh, okay. Weil sie selbst, wenn sie im Diner sich unterhalten noch und sich gegenseitig erzählen, was sie erlebt haben und sich gegenseitig versuchen zu versichern, dass sie die besten Freunde sind. Und später, wenn sie zusammen feiern und so. Jennifer Lopez trägt immer eine gewisse Professionalität vor sich her. Eine Wand, die sie nicht durchbricht. Weil sie Popstar ist? Ist es das Problem von Jennifer Lopez, dass sie das nicht ganz ablegen kann, wenn sie vor einer Kamera steht, dass sie eben sehr viele Music-Videoclips gedreht hat? Kann sein. Kann absolut sein, natürlich, ja. Also ich find Jennifer Lopez, so generell, wenn wir jetzt mal ihre Schauspielkarriere betrachten, ist keine sonderlich gute Schauspielerin. Kann ich gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was sie alles gemacht hat. Es gibt wenig, wo sie mich begeistert hat. Und meistens war es dann so, dass es eher war, okay, sie stört gerade nicht in diesem Film. Also was sie gedreht hat, war Out of Side zum Beispiel. Da war sie gut, weil sie nicht so gestört hat. Okay. The Cell, da war sie eher störend. Weiß ich gar nicht so genau. Ich finde, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie sie sich die Figur gebaut hat, sie hat garantiert eine unglaubliche Vorbereitung mit irgendwelchen Schauspielcoaches gemacht. Was absolut richtig und was ich auch gemacht hätte an ihrer Stelle. Aber ich glaube, sie haben sich zu sehr darauf eingeschossen, dass sie diese abgebrühte alte Häsin spielt. Die einfach weiß, wo es lang geht und die immer eben dieses leichte Überallenschweben drin hat. Und es ist völlig klar, wenn man nicht so richtig viel dreht und so viel Schauspiel betreibt und nicht ständig im Training ist, dass man es nicht schafft, diese eine Ebene, die man sich einmal gebaut hat, dann für bestimmte Szenen auch einzureißen. Ich verstehe das total. Und es kann auch sein, dass ich damit Probleme habe, wenn ich sowas spiele, weil es einfach wirklich schwer ist, eine Figur, die man darauf basierend sich erarbeitet, dann im richtigen Moment ihre Mauer einzureißen, ist wahnsinnig schwer. Und das schafft sie halt leider nicht. Ansonsten finde ich sie gut. In den Szenen, und das sind 90 Prozent des Films, in denen sie die alte Häsin spielen soll, macht sie es ganz wunderbar. Aber leider fehlt es dann halt in den einzelnen Szenen, wo sie wirklich emotional sein soll. Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich Jennifer Lopez in einem Film gesehen habe und ihr die Rolle nicht nur komplett abgekauft habe, sondern auch in einigen Momenten dachten, wow, das ist wirklich eine gute Leistung. Also wie gesagt, noch mal, bis jetzt war es immer so, wenn ich Jennifer Lopez gesehen hatte, entweder fand ich sie störend, weil sie es einfach nicht geschafft hat, die Rolle, die sie hatte, zu spielen. Oder im besten Fall halt plass genug, dass sie den Film nicht kaputt gemacht hat. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, wow, Jennifer Lopez kann echt gut spielen, wenn sie die richtige Regisseurin hat, vielleicht auch, wenn sie das richtige Team drumherum hat, die richtigen Partnerinnen. Das wäre nämlich so mein zweiter Punkt. Ich finde, die Constance Wu, die Destiny spielt, spielt die super. Die ist super, ja. So diese Ambivalenz, auch so diese Unsicherheit, die sich aber nach und nach auflöst. Sie spielt auch eine Figur, die sich über einen Zeitraum von 15 Jahren entwickelt. Und schafft es ihr am Anfang, diese Unsicherheit zu geben, aber diesen Willen, irgendwie was zu erreichen in diesem Business. Und schafft ihrer Figur dann auf diesem biografischen Weg mehr und mehr Selbstsicherheit zu gehen. Und das ist wirklich, und das ist schwierig, das ist gar nicht so einfach, einen Charakter über ein Jahrzehnt zu erzählen. Und das glaubwürdig zu machen, dass sich dieser Charakter auch wirklich weiterentwickelt. Vor allem, wenn ständig gewechselt wird zwischen Ereignissen. Und das schafft sie richtig gut. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Drehbuch das auch dankbar hergibt. Natürlich, natürlich. Während ich mir vorstellen kann, dass das Drehbuch bei Ramona jetzt auch nicht unbedingt die großen Entwicklungsmöglichkeiten gegeben hat. Das ist nämlich der zweite Punkt, der bei Ramona ein Problem ist. Dass sie, welche Entwicklung sich nimmt, diese Figur, welche Entwicklung macht sie denn? Die macht gar keine Entwicklung. Und das ist echt ein Problem. Und sie ist tatsächlich, also sie sagt am Anfang, als Destiny sie kennenlernt, badet sie im Geld der Kunden, die auf sie werfen. Und sie sagt, mach dich Geld auch so horny wie mich. Genau, sowas. Und das ist Ramonas Charakter, so ziemlich zusammengefasst. In a nutshell. Man tut ihr ein bisschen Unrecht, weil es gibt ja diese Momente eben, sie wird halt auch als Mutter präsentiert, als Mutter inszeniert. Sie hat diese Momente mit ihrem Kind. Und das ist zum Beispiel, das sind die Momente, wo ich denke, ja, Jennifer Lopez kann mehr, weil da habe ich ja den Wechsel abgekauft. Vom schillernden Star, der die Männer verführt, zu der einfachen Mutter, die ihrem Kind bei den Hausaufgaben hilft. Ja. Die trotzdem immer noch so ein sehr exaltierter, extrovertierter Mensch ist, aber wirklich in dem Moment das Familiäre im Vordergrund hat. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das ist schon richtig. Ja, obwohl sie auch da ihre Professionalität nicht so ganz ablegen kann. Ja. Was ich als Mutter auch verstehen kann unter Umständen, weil man ja auch ein Familienleben professionell managen muss. Insofern kann ich das in den Szenen verzeihen, aber wenn sie dann wirklich emotional mit ihr sein soll, dann muss das irgendwie fallen. Ja. Aber abgesehen davon macht sie wirklich einen guten Job. Das ist wirklich toll. Und auch, was sie da an der Stange bringt, ist der Hammer. Absolut. Und ich finde diese Szene, wo sie ihr beibringt, wie das geht, ganz, ganz, ganz toll. Ich habe mich da sehr gefreut über diese Szene und wie das entwickelt. Ja, wenn sie an der Stange stehen beide und sie dann sagt, so und jetzt musst du den Arsch anspannen und mach so und mach das und mach das. Das kann doch nicht funktionieren. Das kann doch nicht sexy aussehen. Ich habe gar nicht die Muskeln für sowas. Solche Sachen, genau. Was auch ganz cool ist, weil es wirklich so ein bisschen den Hintergrund von diesen Strip-Distanzerinnen zeigt, die halt einfach wirklich bordliche Höchstleistungen bringen müssen in den Stangen. Also das Milieu so zu zeigen, finde ich, hat der Film dann auf jeden Fall geschafft. Das ist gar nicht die Frage. Müsste man aber vielleicht auch nochmal Leute fragen, die sich ein bisschen tiefer darin befinden. Ich habe nie in meinem Leben in einem Strip-Club. Also Strip-Club habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe viel in der Bolesk-Szene hier in Berlin zu tun, aber das zählt nicht. Das ist was anderes. Ich hatte die Gelegenheit gehabt, bei einer Klassenfahrt, als wir in Prag waren, als ich 18 war und da wollte ich dann nicht. Dann bin ich lieber saufen gegangen mit anderen. Da haben sich dann so zwei Gruppen gebildet und die einen sind in den Strip-Club gegangen. Oh Gott. Die dritte im Bunde ist natürlich Julia Stiles und die ist einfach mal die beste von den Schauspielerinnen. Wahrscheinlich auch, weil sie die meiste Erfahrung hat. Weiß ich nicht, ob sie die beste ist, aber die Konstanz finde ich schon wirklich sehr, sehr gut. Julia Stiles ist einfach... Julia Stiles schafft die wenigen Szenen, die sie hat, total mit Leben zu füllen. Wir wissen in wenigen Blicken und mit wenigen Kommentaren wissen wir, wie diese Reporterin das aufnimmt, was sie da hört und wie ihr Verhältnis zu diesen Frauen ist, die sie da interviewt, deren Geschichte sie aufschreibt. Es gibt auf jeden Fall der Geschichte noch eine dritte Dimension, die sie dringend braucht. Und dann hat der Film natürlich auch noch Spaß daran, so ein paar Cameo-Auftritte zu haben, denen wir einfach mal noch ein paar Rapperinnen besetzen. Wir haben hier Lizzo, Melissa Vivian Jefferson, die ist eine Songwriterin und spielt Flöte und ist eine Rapperin. Und spielt Flöte? Ja, es gibt diese eine Szene, wo sie dann auch tatsächlich mal die Flöte in die Hand kriegen darf. Nur so Backstage, weil sie auch nicht irgendwas mit einer Flöte macht. Ach ja, stimmt. Die ist die etwas molligere Rapperin. Dann haben wir Kiki Palmer, die spielt Mercedes, die ganz viel am Broadway gespielt hat. Und dann haben wir Cardi B, die Diamond spielt. Und es ist tatsächlich, also keine dieser drei Frauen ist mir als Künstlerin sonderlich ein Begriff. Nee, Cardi B ein bisschen. Genau, Cardi B ist halt so, weil sie halt einfach Chart-Hits hatte. Und die war tatsächlich vorher Stripperin. Ah, okay. Ja, ja, die hat das sozusagen wirklich, die war diejenige in dem ganzen Film, hatte Jennifer Lopez dann irgendwann gesagt, die First Hand Experience mitgebracht hat und auch wirklich wusste, worum es da geht. Naja. Während Jennifer Lopez selbst immer mal Angebote hatte, sowas zu machen, bevor sie berühmt geworden ist und es aber nie gemacht hat, obwohl sie immer gedacht hat, wow, okay, die reden davon viel Geld. Ja. Und ich hab grad nichts zu fressen, aber sie hat's tatsächlich nie gemacht. Ja, okay. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die passen alle gut da rein, ne? Ja, ja. Also ich hatte nie das Gefühl, dass hier so ein paar Rapperinnen und Stars noch reingeplatscht werden, um für ein bisschen mehr Klamour zu sorgen, sondern die haben ihre Rollen alle gut gespielt. Also diese ganze Striptease-Crew und auch später diese Hustler-Crew, die wir haben. Die sind überzeugend. Das sind jetzt keine krass herausstechenden Schauspielleistungen dabei, aber es macht einfach Spaß, denen zuzugucken und man fühlt sich auch irgendwie wohl unter diesen Frauen, weil die halt so eine kleine, große Familie sind. Johannes hat gerade den Kater auf den Arm genommen, weil der tierisch rumnervt und jetzt wird er offensichtlich in ein anderes Zimmer getragen. Ruf den Tierschutz an! Schnell! Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Da wurde eine Tür zugeschlagen. Ich hab Angst. And stay out! Wo du sagst Familie, das ist tatsächlich so im ersten Teil mit diesen Gaststars dann auch drin. Das ist wirklich familiär. Das finde ich wirklich schön. Das ist wirklich gut gemacht. Während die Familie, die sich später entwickelt, ich schon gar nicht mehr richtig als Familie wahrnehme, sondern eher als Geschäftsleute. Das wird dann ja auch der Moment, wo der Film kippt und wo er sagt, jetzt fängt es an scheiße zu werden, als sie mehr Leute wollen, als sie expandieren wollen und dann halt wirklich Kriminelle und Prostituierte und Drogensüchtige von der Straße quasi wegcasten. Ja. Und denen so kurz beibringen, wie man Fake-Cooks schnieft und wie man Fake trinkt, damit sie die Leute halt ordentlich betrunken machen können. Und das ist ja aber auch der Moment, wo es kippt, wo tatsächlich die Geschichte selbst, also wie sie von Destiny erzählt wird, sagt und von da an ging es bergab und dann fingen die Probleme an. Ja. Und dann wird ja noch diese Dorn eingeführt, die eine relativ prominente Rolle einnimmt, diese Figur, auf die Destiny dann auch sehr eifersüchtig ist. Ja. Auch vom Film dazu gedichtet, aber finde ich irgendwie schlüssig, das so zu erzählen, zu sagen, okay, jetzt gibt es plötzlich eine neue Junge und die wird auch von Ramona total geliebt und unter die Fittiche genommen und Ramona ist total begeistert von ihr und Destiny sagt, diese Dorn, die macht nur Probleme und gleichzeitig merkt man aber auch, dass sie einfach eifersüchtig ist auf diese Dorn, weil sie zu Ramona so ein enges Verhältnis hat. Aber irgendwie ist es auch der Moment, wo man sich denkt, wie zur Hölle kommt man auf die Idee, da dann auch noch ein Geschäft draus zu machen, dass das irgendwie so zuhältermäßig mit den anderen Frauen umgeht. Das fand ich ein bisschen krass dann. Da haben sie mich halt dann wirklich verloren, so an Sympathie. Ja. Also gänzlich verloren dann, weil das einfach, da sind sie ja dann auch nochmal, in der Rezeptur wird nochmal geändert und ist alles noch ein bisschen krasser, aber auch ein bisschen schlimmer. Und da bin ich dann einfach raus als Zuschauer und denke, Alter, egal wer was wie wo verdient hätte oder nicht verdient hätte, das geht nicht. Ja, aber das ist ja auch der Film, der Moment, wo der Film einfach auch so ein bisschen die moralischen Spitzen einsetzt und so. Ja, aber nicht sehr viel. Das ist ein bisschen sparsam. Der Perspektiv von Destiny halt hinterfragt, ja. Ja. Dann doch mehr an dieser Stelle, also mehr hinterfragen, mehr sagen, das ist kacke, was da passiert, das sind richtige Verbrechen und die Menschen leiden. Ja, also wir sehen dann ja auch, dass das Opfer, das da anruft und sagt, ich bin total pleite, was, ich weiß nicht, wie ich jetzt noch irgendwie, ich muss mir mein Haus abbezahlen können, das ist scheiße, was er mir abzieht. Das ist auch gut inszeniert und das heißt, der Film sagt dem Zuschauer schon, macht dir deine eigenen Gedanken und ich gebe dir nur so ein paar Brocken, denen du ablesen kannst, dass es scheiße ist, was hier passiert. Aber das Problem ist dadurch, dass er so viel Party macht vorher, der Film und so viel gutes Leben zeigt und so viel Spaß und so viel, hui, wir sind alle lustig und haben irgendwie keine Konsequenzen. Und die kommen ja auch relativ glimpflich davon, was das betrifft, dann irgendwie haben ja nicht so die wahnsinnig hohen Haftstrafen bekommen. Es kommt keine ins Gefängnis. Die kriegen alle. Die eine musste Wochenende ins Gefängnis. Genau, Wochenende ins Gefängnis. Die Ramona, die ja offensichtlich der Kopf der Bande war, kommt auf Bewährung frei. Ja, also es ist, das ist dann schon ein ziemlich konsequenzloser Film, weißt du, es ist schon ein bisschen crazy dann. Ich glaube, unser Urteil kann man ganz gut so, also unsere Diskrepanz oder unser Disput bei dem Urteil kann man ganz gut zusammenfassen. Du siehst, dass diese Ambivalenzen nicht genug eingefangen werden und ich sehe halt, dass sie schon eingefangen werden, gerade was dieser Kontrast Partyleben und Verbrechen betrifft. Ja. Am Anfang durch die Schnitte mit der Reporterin und im zweiten Teil einfach dadurch, dass immer mal wieder so diese Frage kommt und immer so ein bisschen gekitzelt wird auch am Publikum und hey, glaubt nicht alles, was ihr da seht. Und hier geschehen eben doch Verbrechen. Ja, also er hat wirklich sehr, sehr gute Momente, so ist es nicht. Er schafft es oft mir, das gut zu erzählen und nicht allzu nach Lehrbuch zu erzählen oder so, sondern mich auch ein bisschen kritisch zu unterhalten. Aber durch diese ganzen, dieses Partyabfeiern und auch so ein bisschen Stereotype zu sehr zu bedienen und natürlich hat sie am Anfang gleich erstmal schlechte Erfahrungen mit allen Männern, die da sind, die in ihr hinterherrufen. Hey Lucy Lou, komm mal her, zeig mir meinen Kumpel und irgendwie nur und auch finanziell betrogen wird vom Typen, der als Zuhälter dargestellt wird. Das sind alles Klischees, die sofort erstmal, weiß ich nicht, kenne ich alles, weiß ich alles, warum musst du mir das so als erstes gleich unter die Nase reiben, fand ich nicht so clever. Und dann auch noch zu sagen, die macht das alles nur, um ihre Großmutter zu finanzieren oder auch wirklich, das ist auch ein ganz, ganz alter Hut, ich weiß nicht. Nee, fand ich auch am Anfang da irgendwie schwierig und deswegen, ich glaube, durch diese ein paar Stolpersteine, die mir gleich am Anfang in den Weg gelegt sind, bin ich nicht unbedingt frei von Hinterfragen in den Film gegangen. Ich finde, der Film ist cleverer, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Ja, das stimmt. Ist aber auch so seine eigene Schuld, weil er sich eben wirklich selbst oft zu gerne an dieser glitzernden Oberfläche, die er demaskieren will, verliert. Ja. Und dadurch macht er sich selbst so ein bisschen, eigentlich sehr viel cleveren Subtext, den er hat und sehr viel cleveren Kommentar und cleveren Meta-Ebene kaputt. Ja. Und er verliert sich da ein bisschen drin. Aber ich finde, er bleibt trotzdem ambivalent die ganze Zeit über und trägt diese Ambivalenz wirklich ganz gut mit sich. Ja. Und macht aber trotzdem natürlich Spaß. Es ist kein schwerer Film, es ist ein Film, der unterhält, es ist ein Film, der Spaß macht, der irgendwie Sexappeal hat, der einfach auch ein cleveres Ganoven-Stück ist. Ja. Und ich finde, die Balance gelingt ihm gut. Er ist definitiv nicht frei von Schwächen und ich sehe auch total, was du hier an Schwächen ausmachst, dass er eben Gefahr läuft, so ins Apologetische abzurutschen, dass er Gefahr läuft, so total an dieser Konsum- und Geldkultur sich festzusetzen und sich da drin zu verlieben. Aber ich finde, er kommt ein bisschen ins Stolpern, aber nie so komplett. Er fällt nie, sondern er bleibt auf der Bahn, auf der er ist und das macht ihn zu einem guten Hustler-Ganoven-Film. Ich möchte ein, zwei Highlights einmal hochstellen, die nur inszenatorisch mich noch fasziniert haben, die ich gut fand, die das Ganze sehr aufgewertet haben. Zum einen, wenn sie nach dem Diktiergerät greift und es ausmacht und dann wirklich der Ton weg ist. Ja. Fand ich eine ganz tolle inszenatorische Idee. Ja. Super. Weil dann sehen wir nur noch, hören aber nicht, was sie noch sagt und sie nach draußen scheucht und sie da irgendwie vor die Tür setzt. Ja. Ja, ganz toll. Und wie die Großmutter stirbt, ist auch ganz ohne großes Brimborium erzielt. Ja. Nicht irgendwie der Großmutter geht es noch schlecht und da und wird es sich schaffen und dann noch alle fahren sie noch ins Krankenhaus und sie liegt einfach irgendwann da. Sie kommt nach Hause, sieht das, ist erstmal geschockt, dann gehen wir zur Beerdigung, wo sie mir ein bisschen zu laut findet, gedämpfter wäre noch besser gewesen. Aber insgesamt ist es eine ziemlich gute Entscheidung, das nicht groß aufzubauschen, sondern das als, umso dramatischer wird es halt, wenn es nicht, wenn ich, der Zuschauer soll heilen, nicht sie. Ja. Für mich als Schauspieler auch immer so ein Satz, der mir wichtig ist. Wenn ich eine Szene habe, wo es darum geht, dass es für den Zuschauer dramatisch sein soll, dann muss der Zuschauer weinen, nicht ich. Ja. Weil wenn ich weine, dann muss das Zuschauer es nicht mehr machen. Wenn du quasi seine Reaktion vorwegnimmst. Ja. Und weil ich fühle... Wie die Losengelächter in der Sitcom. Ja, 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 genau. Stellvertreter. Und das ist viel dramatischer für den Zuschauer, wenn er sieht, dass jemand mit den Tränen kämpft, als dass er sie rauslässt. Ja, auf jeden Fall würde ich unterschreiben. Ich finde es gut, dass der Film nie zu pathetisch wird. Er wird nie zu schwülstig und auch nie zu groß, sondern er bleibt in seiner Erzählhaltung bei dem, was er erzählt. Und das ist halt ein Betrug, der größere Ausmaße annimmt, aber in einem gewissen Rahmen bleibt. Ja. Dann ahne ich, dass wir nur an so paar kleinen Dingen in zwei verschiedene Richtungen tendieren, aber ansonsten den Film doch beide ganz gut finden. Ja, ich würde sagen, ich glaube, du gibst eine 7 von 10 und ich gebe eine 8 von 10. Ja, oder vielleicht eine 6,5 von 10. Ne, 7 stimmt schon. 7 von 10 stimmt. Wahrscheinlich bin ich bei 7,5. Es war ein wirklich guter Film. Ich fand es erfrischend, dass sie wirklich so einen weiblichen Ganoven-Film haben. Das sowieso, auf jeden Fall. Und ich fand, die Ambivalenz hat der Film einfach ganz gut durchgehalten. Dafür, dass er so viel glänzt, dafür, dass er so viel schillert und laut ist und musikalisch und exaltiert ist, hat er doch eine erstaunliche Ambivalenz und Komplexität, was die Figuren betrifft, gewahrt. Ja. Was ist jetzt, wenn wir schon zwei Filme hintereinander haben, die ein ähnliches Thema haben? Wo ist der Unterschied? Wir haben Unterschiede in der Zeit der einen in den 70ern. Wo sind wir inszenatorisch inzwischen, nachdem wir jetzt 30 Jahre gelernt haben, 40 Jahre, 50 Jahre, oh Gott, du Scheiße, gelernt haben. Und wo sind wir so von der Erzählstruktur und von dem, was für Figuren wir nach vorne stellen? Na, das Unterhaltungskino von heute hat auf jeden Fall, legt viel mehr Wert auf sozialen Realismus als das Unterhaltungskino von vor 50 Jahren. Wenn wir jetzt mal beide dem Unterhaltungskino zuordnen. Ja. Und das kann man aber auch erweitern auf Filme wie bis hin zu Superheldenfilmen von Marvel. Mhm. Gibt es mittlerweile immer ein Bedürfnis nach einem gewissen sozialen Realismus. Ja. Und nach einer gewissen Komplexität auch von Nebenfiguren. Zumindest bei gehobenen Filmen. Ja. Okay. Ja. Das wäre so ein Take, den ich mitnehmen würde, wenn ich die beiden vergleiche. Von der Struktur her sind wir gar nicht so viel weiter. Mhm. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig weiter. Naja, die Frage ist. Vom Rhythmus her könnte ein Film wie das Ding auch heute so inszeniert werden. Vom Pacing und vom Rhythmus. Das würde vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen mehr Pathos. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so weit entfernt von dem, was man auch heute sieht bei heißen Movies. Das stimmt. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Action. Also im Sinne von, da explodiert noch was und da ist noch irgendwas. Obwohl hier jetzt auch nichts explodiert ist. Nee. Das sind halt auch beides keine Firmen, die große Action-Szenen hergeben. Tatsächlich gibt es ja diese, in das Ding gibt es ja tatsächlich viele Verfolgungsjagden. Ja. So, Robert Redford, der ständig wegrennt. Ja, und über irgendwelche Dächer. Und über irgendwelche Dächer. Ja. Jetzt habe ich irgendwie eine Anekdote im Kopf, die ich aber nicht mehr ganz zusammenkriege. Wie war das mit dem rennenden Robert Redford? War das überhaupt dieser Film? Keine Ahnung. Also Robert Redford war laut der Produzentin Julia Phillips ziemlich besorgt, dass er in das Ding nicht so richtig viel spielen kann, sondern die ganze Zeit am Rumrennen ist. Und am Ende der Dreharbeiten hat Regisseur George Roy Hill Robert Redford eine Skulptur gegeben. Ja, ich erinnere mich. Und zwar den Roadrunner, also den Warner Bros. Cartoon, die Figur vom Roadrunner, aus Nägeln gemacht. Ja. Es gab auch eine Gravur und da stand, if you can't be good, be fast. Das ist so gemein. Die haben sich sowieso gegenseitig ständig irgendwelche Streiche gespielt. Es ging so weit, dass Robert Redford, nee, wer, irgendjemand hat dem anderen den Schreibtisch zersägt, weil er ihm acht Dollar in Rechnung gestellt hatte für irgendwas, Alkohol, den er mitbringen sollte. Und der hat diese acht Dollar nicht zurückgezahlt. Und dann hat er ihm den Schreibtisch zersägt und gesagt, so ernst ist es mir mit den acht Dollar. Und dann hat ihm die Produktionsfirma eine Rechnung geschickt für den Schreibtisch. Ja. Die er nie bezahlt hat. Die gute alte Zeit. Das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so. Nee. Wobei es ja auch diese Set-Geschichten gibt von Schauspielern und Schauspielerinnen, die sich gerne gegenseitig Streiche spielen. Ja, ja. Ja, vielleicht tatsächlich, ich überlege gerade, ob das Ding nicht sogar mehr Action hat als Hustlers. Weil es gibt diese, es gibt, bei das Ding gibt es diese dramatischen Action-Szenen. Es wird geschossen, es wird weggerannt, es wird geflohen. Ja. Ja, er hat bessere Schauspieler vielleicht auch, ja. Er hat eine bessere Inszenierung. Er hat einfach mehr Detailversessenheit. Ich glaube, das ist aber auch einfach ein unfairer Zweikampf. Ja, wahrscheinlich ist es unfair. Aber man kann sich da sehr in Details verlieren. Man kann natürlich genau gucken, wo ist die Inszenierung, wann, wie, wo, warum, besser oder schlechter oder nicht. Aber vielleicht ist es auch zu gemein, das zu machen. Und du findest, also vor allem ist es gemein, weil du findest ja in den 70ern, findest du unglaublich viele so 7,5 Filme. Du findest ja Filme, die auf dem Niveau von Hustlers arbeiten. Ja, und es ist ein gutes Niveau. Genau. Und das Ding ist ja eher so eine Ausnahmeerscheinung. So ein Film wird eben auch nur mal alle fünf Jahre gemacht, der wirklich so krass perfektionistisch ist. Das ist richtig. Hast ja recht. Hast ja recht. Nur haben wir ab und die beiden Filme eben hintereinander und deswegen drängt es sich mir so ein bisschen auf. Das machen wir eigentlich viel zu selten, dass wir die Filme am Schluss nochmal vergleichen. Egal, wie abstrus der Vergleich wäre, weil manchmal ist es ja wirklich merkwürdig, wenn wir dann so ein Western aus den 70ern vergleichen mit einem Musical aus den 50ern. Aber eigentlich sollten wir uns das mal einführen, dass wir am Ende der Episode noch einmal sagen, so und jetzt vergleichen wir die beiden Filme. Ja. Wen würdest du in deiner Top-Tierlist nach oben setzen, wen nach unten? Ja, ja. Na, in dem Fall ist es relativ klar. Das Ding ist einfach ein unglaubliches Meisterwerk, was einfach nicht, das kommt nur alle paar Jahre vor, wie du sagst. Aber Hustlers ist schon wirklich gut. Ich habe bloß eben wirklich so ein paar Schwächen für mich entdeckt, die ich schwierig finde. Ich finde, Hustlers ist halt auch, es ist ja wirklich ein junger Film, er ist halt ein Jahr alt. Ich hoffe, dass das ein Film ist, der nicht vergessen wird. Ich hoffe, dass das ein Film ist, der auch in zehn Jahren noch rezipiert wird und auch gesagt wird, guckt mal, so wurden im Jahr 2019, 2020 Heist-Movies und Sting- und Hustler-Movies inszeniert. Und das war damals besonders und das war damals schön und vielleicht reden dann in 40 Jahren irgendwelche 30-jährigen Typen in ihrem Podcast, der über Facebooks Second-Life-Klon, wie heißt das Ding, wie heißt das nochmal, was Facebook jetzt macht, das Internet, das neue Internet? Ah, ich habe neulich einen Artikel drüber gelesen. Das Metaverse. Metaverse. In ihrem Metaverse-Podcast dann darüber reden und sagen, ja und so war das damals, 2020 und Dieter, so heißt mein fiktiver Gesprächspartner, Dieter, sag mal, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Film Das Ding 3, eine Fortsetzung, die 100 Jahre nach dem ersten Teil gedreht wurde. Und 90 Jahre nach dem zweiten Teil. Ja, auf den zweiten Teil sind wir gar nicht eingegangen, vollkommen zu Recht. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe nur Schlimmes drüber gehört. Es gibt eine Fortsetzung von Das Ding mit anderen Schauspielern und einer anderen Geschichte, anderen Namen und wahrscheinlich nicht sehr viel Gemeinsamkeiten mit dem ersten Teil. Aber gucken muss ich ihn, weil das ist der gleiche Drehbuch-Otto wenigstens gewesen. Immerhin. Das heißt, da könnte schon ein bisschen was drinstecken. Vielleicht. Ja, dann haben wir jetzt auch noch beide Filme gegeneinander antreten lassen in einem unfairen Duell. Celebrity Deathmatch. Oh, Floor. Wow. Wir sind in der gleichen Zeit aufgewachsen. Wow, was ist schrecklich. So eine obskure Referenz auch noch. Wie krass. Gut, dann schaltet ihr mal ab, während wir noch unser End-30er-Leben feiern und unsere Körperreferenzen aus vor 30 Jahren. Bleibt aber unbedingt noch dran, um noch einmal am Schwarz-Auf-Weiß zu hören. Kann man Schwarz-Auf-Weiß hören? Was wir nächste Woche machen. Aber natürlich. Schwarz-Auf-Weiß hören, kein Problem. Unsere nächste Podcast-Folge wird sich damit auseinandersetzen, ob das geht. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Da habe ich sogar einen extra Artikel geschrieben, warum er nicht zu den besten Kriegsfilmen der 90er gehört. James Ryan? Ja. Warum? Naja, weil er sich komplett in diesem Heldenpathos verliert, dass eine Gruppe von Soldaten loszieht, um einen Einzelnen zu retten. Und das will er eigentlich auch kritisch betrachten, aber es gelingt ihm überhaupt nicht. Und am Schluss opfert sich der Tom Hanks, damit der junge Matt Damon nach Hause kann. Übrigens, Plore blästert gerade das Buch durch, was er mir geschenkt hat und findet so manchen Film, den er in seinen Retrospektiven untergebracht hat und freut sich tierisch. Ich freue mich darüber, dass Filme, die ich in meinen Retrospektiven untergebracht habe, nicht drin vorkommen. Sonst hätten meine Retrospektiven keinen Sinn. Das wäre ganz schlimm. Ja, aber so ein bisschen freust du dich auch, dass du die richtigen Filme gesehen hast. Ja. Ich kann nicht anders. Es gibt doch ein tiefes Bedürfnis, irgendwie sich dann doch so ein bisschen in einer Peergroup zu bewegen, der FilmliebhaberInnen. Jetzt hast du dieses obskure, ich bin auf der Gewinnerseite Gefühl. Ja, genau. Ich mag The Player. Aromba Stomper zum Beispiel hätte ich auch nicht aufgenommen. Okay, Plore, wir haben noch was festzulegen. Wir müssen noch sagen, was wir nächste Woche gucken. Und wir haben es ja schon während dieser Episode, wenn ihr gut aufgepasst habt. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Die Publikumsfrage, habt ihr erkannt, welche zwei Filme wir nächste Woche gucken wollen? Ist es A. Richtig, von mir kommt Planet der Affen. Mit Charlton Heston, nicht der Tim Burton Film bitte, sondern der Original aus den 60er Jahren. Aus den 60ern ist der? Ja, ich glaube 66, 67, so um den Dreh. Okay, und ich gebe dir den, den wir vorhin besprochen haben, der auf Netflix zu finden ist, und zwar The Two Popes. Wo einfach sich zwei Päpste zwei Stunden lang unterhalten. Ich bin voll gespannt, wie das wird. Das ist wirklich ein toller Film. Ja, glaube ich dir. Mal schauen, ob ich ihn auch toll finde. Ich will unbefleckt rangehen. Ich bin mir auch das Finster. Bei meiner Unterhaltung von zwei Päpsten ist unbeflecktes Rangehen ganz gut. Ja. Oh Mann. Okay, Flor, dann freue ich mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Bis dann. Vielen Dank für diese schöne Episode. Ebenso danke. Ich habe mich noch gar nicht bedankt. Das ist sehr schön. Nein, es war total toll. Wirklich cool. Vor allem die ganzen Zwischenspiele mit Katze und Tee, die ich alle rausgeschnitten habe. Also wenn ihr jetzt gerade eine 90-minütige Folge hört, dann verpasst ihr eine Menge, weil Johannes sich nicht traut, dieses Zeug drin zu lassen. Wenn ihr jetzt auf euren Podcast-Player schaut und da steht drei Stunden 55 Minuten, dann habt ihr das Vollprogramm genossen. Genau. Und wenn ihr den Directors Cut wollt, dann wird er bestimmt irgendwo online gestellt mal. Aber in 20 Jahren erst, wenn dann... Den Plur's Cut. Den Plur's Cut, genau. Gut, dann schön vielen Dank und bis zum nächsten Wochen. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.